Alter Verwalter Hau ab, lass mich zufrieden Ey, das, 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 ey, ich, ey, Freunde 2,5,7, das, ja, Mann, das Lied ist richtig nice Oh, nice, Profiler, und wie war es Ich kann es mir, glaube ich, einfach nur geil forschen Ähm Ja, der Rabe ist im Stein wiedergebackt Bakterien Ich merke es schon Ich freue mich auf meine Frikadellensuppe What? Was für eine Frikadellensuppe Hupenlara übernimmt sie allein, ja moin Hupenlara? Hupenlara Lass Hupenlara einmal frei Komm her, du feige Sau Ähm Jetzt kommt Ähm Dann könnte ich nämlich morgen Tomb Raider 2 No Lords, No Mets machen, ne No Boats, No Bets No Boats, No Bets Hello, Alter Streamer ist schuld und das, was gestreamt wird Und rein in den Peter Mal wieder in London Stillgelegte Stillgelegte U-Bahn-Haltestelle Ich komm da jetzt nicht drauf Sandwich oder Weiß ich nicht Eldridge Irgendwas mit Sandwich oder so Irgendwas mit Dritch am Ende Im Sucht-Arbeit Im Sucht-Arbeit Im Sucht-Arbeit Nein Oh Gott sei Dank Alles entspannt Kommt da auch bei der Werbung zusammen Das Ui Das darf man natürlich Oder muss man natürlich auch irgendwie berücksichtigen Speichern Speichern Dazu kommen ja auch Spät Nein Das äh Schneemobil hat ein Eigenleben Alles da Alter Verwalter Hau ab Lass mich zufrieden Hau ab Lass mich zufrieden Hau ab Lass mich zufrieden Ich mach Hack Ja man Das Lied ist richtig nice Hat's ihn Freunde Oh nice Profiler Und wie war es Ich kann es mir glaube ich einfach nur geil vorstellen Ähm Ja Ja Der Rabe ist im Stein wieder gebacken Bakterie Merk es schon Ich freu mich auf meine Frikadellensuppe Waaaat Was für eine F- Was für eine F- Hau ab 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 So Freunde Und damit ganz herzlich willkommen Hier Heute auf dem Montag Äh zu einem Neuen Skyrim Stream Freunde Ähm Ja ähm Ich hoffe ihr hattet alle heute morgen guten Start in die Woche Freunde Ähm Ist natürlich auch immer wichtig Ähm Seid gut durch die Nacht gekommen Habt gut geschlafen Eli Nexus Herzlich willkommen mein Freund Und ich darf ganz herzlich Ja ähm Nochmal ganz herzlich alle nochmal begrüßen Die jetzt schon da sind Freunde Wir haben ziemlich viel zu Ach nö Schon sogar mittlerweile schon Stufe 35 Ja moin Da hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm Ähm Ja der Stream gestern der war schon ziemlich lang und groß und ja viel Gerödel Ähm Ja wir sind jetzt momentan in der Diebesgilde unterwegs Betritt das Dämmergrab Ja das muss ich natürlich auch machen So Erstmal hier raus würde ich sagen Eli ich hoffe dir geht's gut Ähm Moin Moin nochmal Fang einfach mal wieder an Freunde Quest Quest Und nochmals Quests Super und selbst Ehre Dankeschön Dir auch ähm Mir auch Mir auch Das freut mich Das freut mich So wo ist denn das Dämmergrab jetzt Dämmergrab 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 Ist das hier bei mir in der Nähe oder wo ist das hier Ach du meine Güte Das ist da wieder mitten in der Berge Freunde Oh Das ist da wieder mitten in der Berge Ich krieg doch einen am Brett hier Ich hoffe nur Ach die sind da schon wieder Die sind da neu gespawnt oder was Ach das kann ja nicht sein Ah Wetter wie gesagt wieder mal Ekelitsch ne Wie öfter mal Ach So Freunde Dann wollen wir mal zusehen dass wir heute einiges Kalista herzlich willkommen auch dir ein Freundliches Huhu Oh Dämmergrab Ja moin ich bin ja schon da Oh dann wollen wir mal Dann wollen wir mal da rein Sprich mit dem Nachtigallwächter Achso ich muss hier runter Ich bin mir nicht ganz sicher Hier jetzt doch gleich bestimmt ab Nachtigallwächter Feinde Ich erkenne euch nicht Aber ich spüre dass ihr zu uns gehört Wer seid ihr? Der letzte der Nachtigallwächter Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit Und das ganz allein Ich glaub das sind Galus Freunde Oder eher gesagt der Geist von Galus Wir wurden von einem der unseren verraten Tatsächlich Tatsächlich trage ich die Schuld Für das was hier geschehen ist Ich war verblendet Verblendet von dunkelster Heimtücke Die sich als Freundschaft ausgaben Moin heute ist der ziemlich flott Wäre ich wachsamer gewesen Hat der Merser frei mich nicht in mein Verhältnis Winden Jo Jo Herzlich Willkommen auch dir Schön dass du wieder da bist Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört Woher kennt ihr mich? Der Schlüssel Ihr habt den Skelettschlüssel Ich dachte ich würde ihn nie wieder sehen Und Merser frei Gern geschehen Ist es vorüber Und mein Tod war nicht umsonst Ich schulde euch viel Nachtigall Ihr wart der Gilde eine große Hilfe Und auch wenn sie es nicht zeigen mag Bin ich mir sicher, dass ihr eure Opfer zu schätzen weiß Ich bedaube nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet Kalia Sie lebt noch Ich fürchte sie hat dasselbe Schicksal ereilt Sie fiel Mersers Verrat zum Opfer Nichts würde mich stolzer machen als den Schlüssel zurück zu bringen Aber das ist leider nicht möglich Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe Bitte nicht Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe in dem der Schlüssel aufbewahrt wird Sie beherbergt den Schattensee Die Schwelle zur Nocturne als Reich des ewigem Zwiesichts Als Merser den Schlüssel stahl Wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt Leider ja Meine Kräfte schwinden Und ich spüre wie ich davon gleite Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert Der Schaden der bereits angerichtet wurde kann nur behoben werden Indem er dem bürger Pfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt Oh no Oh no Der Schattensee ist eine Verbindung über die Dokturnal unsere Welt beeinflusst Nicht durch Magie oder göttlichen Segen Sondern einfach durch Glück What? Ja natürlich Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst dararbeitet Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen Aber nocturnal beeinflusst unser Glück Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen Dem Diebesgewerbe wahrscheinlich Anderes kann ich mir gerade gar nicht vorstellen Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück vom gewöhnlichen Banditen Mhm Also wir sind keine gewöhnlichen Banditen Diebe Schrägstrich, Bumster Gut Wir sind auf jeden Fall nicht gewöhnlich, das ist doch schon mal was besonderes, Freunde Exakt Es gibt nur wenige, die dokturnal noch immer die Glücksdame nennen Und das aus gutem Grund Ich hatte eine Glücksdame Ich fürchte die Schließung des Schattensees Und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts Das ist heftig, Winden Aber Kann schon mal passieren Kann schon mal passieren Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele noch ihre einste Identität Kann schon mal passieren, leider Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet Wurde ich darauf einfach extrem genervt Das glaube ich dir Das glaube ich dir gerne Was? Nicht gut Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Vielen Dank. Gallus. Vulkanglas Kriegsachs der Angst, Freunde. Boah, sehr schön. Ich muss das Ding wahrscheinlich lesen, Freunde. Ähm, Einladung, das hier. Boom. Vulkanglas Liebe, sag doch einfach, 25 Jahre, Mann. Ich hab's gelesen, aber folge dem Pilgerpfad. Okay, Freunde. Dann wollen wir mal den Pilgerpfad. Aber ich hab mir schon wieder zu viel Kaffee getrunken. Ich bin noch mal eben kurz für kleine Streamer, Freunde. Es tut mir leid. Ich bin sofort wieder da in alter Frische. Bis gleich, Freunde. Okay, ich hab's gelesen, Mann. Ich bin schon wieder der Wind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder nichts Neues gelernt, Freunde Ist auch leider nicht Immer so Eine Geheimtür Ich hoffe, das, was ich heute mir vorgenommen habe, werde ich auch schaffen Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht Wir haben ja immer noch die ganzen Schmuckstücke im Inventar, Freunde Die muss ich ja auch erst mal wieder loswerden Nicht, dass ich mal wieder Bin nur kurz drin, hab kein Highspeed Wünsche aber viel Spaß Infernalis, herzlich willkommen und Dankeschön Dankeschön dir noch eine restliche Ähm, ruhige vor allem Hoff ich mal Ähm, Arbeitsschicht Grüße, Grüße auf jeden Fall An dich So Krank der Krankheits Wiederherstellung Danke, bis nachher Bis nachher, Infernalis Und schön, dass du da warst Oh Mach einen Ruhigen Mach doch einen Ruhigen Witten Achso Habe ich dir deine Tränke geklaut Oder warum greifst du mich an Wir haben nur Elfenpfeile dabei Finde ich schon ein bisschen nervig Wir hatten aber eben kurz ein paar Ja, obwohl, das bringt eigentlich gar nichts Weil ich so wenig Gesundheitstränke habe Ich musste echt mal irgendwie alle einlagern Oder beziehungsweise Ähm Entweder einlagern oder verkaufen, Freunde Weil das geht so nicht weiter Ich hab viel zu viel Irgendwie ist alles echt ziemlich tödlich geworden Gott sei Dank ist es immer einer Also Ey Nette Gegner, Freunde, aber Angenehme Gegner, aber Muss nicht sein Muss echt nicht sein Na, wieder keine Mumien Oh Jetzt geht das hier los, Freunde Ähm Ich darf nicht ins Licht gehen So viel ich noch weiß Ich muss im Verborgenen bleiben Also in der Dunkelheit, Freunde Ähm Nicht mit mir Mein Magen ist weit Mein Magen ist weiter effektiv Bin auf Level 16 momentan Ui, das freut mich, Wind Das freut mich Zu hören, Wind Das ist nice Oh, diese Pfeile, Freunde Sind Ekelig Danke sehr Habe diesmal aber auch wirklich recht durch Dacht geskillt Das freut mich zu hören, Wind So, ohne Probleme durchgekommen Und jetzt wird es wieder dunkel, Freunde Es tut mir leid, nicht alles im Spiel ist dunkel, aber Da müssen wir mal eben kurz durch Muss nur noch schauen, ob ich Vampir werde Ja, ich weiß es auch noch nicht Weil die Vampir-Quest habe ich ja auch noch vor mir Wohl oder übel Das freut mich wirklich Und zu Note kann man ja auch über den Kanal Ja, richtig, genau Kalisto So sieht es aus So, dann Bitte Nicht Das Den Holzteller jetzt nehmen Weil das wäre jetzt nämlich Nicht so toll Gold Gold Nocturnal Nocturnal Lady Nocturnal Ähm, hier ist die Kette Und auf der anderen Seite Ist eine Kette Bin 10 Minuten oder so Weg, bis gleich Bis gleich, Kalisto Bis gleich, Kalisto Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Ich hoffe, ich löse hier jetzt nichts aus Ach, das war mir sowas von klar Hä Scheiß drauf Die Pfeile kriegen jetzt nur einmal im Jahr Wow Alter Bin ich jetzt Vergiftet? Nein Ist alles noch entspannt Ich muss da durch Allerheiligstes, Freunde Da gehen wir gleich rein Schauen wir uns erstmal nochmal hier um Könnte nämlich noch was Nützliches sein Ich hoffe aber nur keine Gegner Hab keine Lust auf Gegner gerade Das Geknödel von gestern Meistertür Dafür gibt's bestimmt entweder einen Schalter, Freunde Entweder einen Schalter Oder Ach, nö Ah, Leisterrüstung kann auch mal gelevelt werden Die Toten zu töten Ja Mich nervt's auch ein bisschen Aber Was soll ich Was soll ich dir sagen Fünf Also Einhändig Mittlerweile auch schon wieder auf 55 Was ziemlich heftig ist Höchste Heilung Ist noch Einer reingelaufen Warum haust du ab? Keine Ahnung Ob ich hier lang muss Aber ich denke mal Dass ich hier lang muss Wer hat denn jetzt hier Magie gewirkt Machst du das? I don't know Freunde I don't know Oh, weia Was ist das denn hier für ein Labyrinth Labyrinth Ich mag kein Labyrinth, Freunde Hier geht's ins Bin ich von hier gekommen? Hä? Magie Yeah Yeah Winton Magie Hier ist die Meistertür Ja moin Von hier bin ich gekommen, Freunde Ach, das ist hier einmal so ein Rundgang Okay Hab nix gesagt Rundlagen zur Schlossmechanik Hab ich anscheinend schon Hab ich anscheinend schon Ähm Gelesen Gibt's hier auch irgendwo noch Was nützliches Außer diese drei Goldstücke Hilfe Den Rubin nehmen wir mit Orkischer Dolch Nö Will ich nicht haben Ja Es ist Ich such denke ich mal immer noch einen Schalter, Freunde Albtraumgegner von heute Junger Karusjäger Mann Ist das viel schnell Oh ja Winton Da bin ich ganz bei dir Die hatte ich ja gestern In mir waren die jetzt auch nicht so geheuer Aber Naja Es ging Gott sei Dank Es ging Noch ging es So Ich wollte mal eben kurz die eine Tür öffnen, Freunde Auch wenn es ein Meisterschloss ist Ich guck die ganze Zeit schon hier nach irgendeiner Öffnung Das kann ich sehr gut nachvollziehen Oh ja Das war echt Heftig Gestern Weiß ich nicht Ob es einen Schalter gibt, Freunde Schalter wäre angenehm Ah egal, Freunde Ich versuche es einfach mal zu knacken Ah, ich habe den Ich habe hier den Skelett Schlüsselfreunde Der bricht nie ab Und damit kann man Jedes Schloss öffnen Und beim Meister Ist ziemlich heftig Habe ich ganz vergessen, dass ich den habe Freunde Was geht hier ab? Höh Ja moin Es ist einfach nur ein schnellerer Rückweg, Freunde Das ist ja nice Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo ich Schneller zurückkomme Und wir gehen ins Allerheiligste Mein lieber Herr Gesangsverein Ach, schon wieder dunkel Echt gespannt, was mich hier noch erwartet Guten Abend aus dem Feierabend Yeah, Basti Herzlich willkommen und Ich wünsche dir einen schönen Feierabend Ich wünsche dir einen schönen Feierabend, mein Freund Erzwungener Schaden Leider So Notiz mal eben kurz lesen, Freunde Anders Nachricht Ehre, Basti Ehre Ähm, ja Wie komme ich jetzt hier wieder raus, Freunde Okay, es passiert von selber Übrigens, geletzt zurück zum Schattensee Lady Nocturnal Was haben wir denn hier? Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke? Man verliert so leicht den Überblick Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen Und ein Champion bringt ihn zur Grafstätte zurück Nun, da der Schattensee wieder hergestellt wurde Steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob Ein Tätscheln eures Kopfes Einen Kuss auf eure Wange Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden Und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut Denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat Es geht nur um die Belohnung Den Preis Fürchtet euch nicht Ihr sollt euren Tant schon bekommen Eure Gier nach Macht Ich hoffe es Euren Hunger nach Reichtum Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren Der Eid ist geschworen Die Würfel sind gefallen Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht Lebt wohl, Nachtigall Achtet darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt Sprich mit Kalia, Freunde Bevor ich das mache Bin ich nochmal eben kurz weg, Freunde Das ist so nervig Obwohl, die haben nur... Ist okay, bis gleich, Freunde Das ist so nervig, Freunde Also Also Ich mach mich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Ja, moin. Gestern habe ich gesagt, du hast einen Sonnenbrand und heute hast du einen Sonnenbrand. Oh, oh. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Dankeschön, Bastille. Liebe geht raus. Schmier dir mal ein bisschen Creme im Gesicht. Vielleicht wird es dann ja besser. Mein Freund. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens. Der Halbmond für die Agenten der Täuschung. Und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Nicht gut. Das kann ich auch noch wahrsagen, oder was? Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt. Wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Es tut mir leid, Basti. Es tut mir leid. Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und ihr? Die Gilda hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Sehr schön. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Es ist kein Ende, nur ein Neuanfang. Nun vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen und ruhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Oh, weia. Wähle deine Rolle als Nachtigall. Galus, Merser Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Oh. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Merser Frey uns verriet, indem er Galus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier-Zuflucht warf. Ach du meine Güte. Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Ja, besser ist... Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Oh ne, bitte nicht. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein nocturnal. Wir verdienen ja als Born schon genug, Freunde. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt nocturnal Einfluss auf uns aus. Taschendiebstahl ist nicht so mein Ding hier, ne? Die Launen nocturnal sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Er zwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Man weiß es nicht, man munkelt. Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Ich hoffe es. Ah, hier, können wir jetzt nachfragen. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Okay. Das sind jetzt die drei Agentenwahlen, wovon wir eine auswählen können. Ähm. Die als Spezialfähigkeit dann für uns fungiert. Morgen Gewitter und wir bekommen einen Schlechtwettertag. Da aber bei meinem Glück wird das nichts. Ich drück die Daumen, Basti. Geister darin ungesehen zu bleiben. Ich drücke die Daumen. Er kann die Dunkelheit manipulieren und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Mein Freund, mein Lieber. Warte mal, ich hab hier... Ne. Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Hm. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker. Oi. Zwietrachtig. Weg euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Portal. Warum ist das in Englisch? Arbeit, dann wieder Schule. Ja, das hat mir Kalister heute schon erzählt. Das hat mir Kalister heute schon erzählt. Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Wie? Was? Ich hatte Angst, ihr würdet werden. Oh, jetzt hab ich was gewählt ohne zu... Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrleitet. Er ehrt uns. Hallo. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nokturnal ruft mich ins E-Zwie-Licht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nokturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Sehr schön. Lebt wohl, Galus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Oha. Lebt wohl, Kalia. Ab zum Schattensee. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, Nachtigall? Was gibt es? Galus' Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Jetzt wird sein Geist eins mit dem ewigen Zwielicht, dem Reich der fortwährenden Dämmerung und der Wiege der Schatten. Nein, nicht fort. Er ist eins mit den Schatten geworden. Das ist die größte Ehre, die einer Nachtigall zuteil werden kann. Im Tod ist er ein Teil dessen geworden, was wir leben. Oh ja, wenn wir Wandelt im Schatten oder Wandelt mit den Schatten sagen, bitten wir die dahingeschiedenen Nachtigallen uns zu beschützen. Wir glauben, dass sie unser sprichwörtliches Glück bewirken, indem sie ihre Hand auf unsere legen und sie führen. Darum muss der Schattensee wieder geöffnet werden. Ohne ihn kann Nocturnal sie nicht passieren lassen. Ich habe beschlossen, mich in der Nachtigallhalle niederzulassen. Oh. Da sie auch euer Zuhause ist, hoffe ich euch und Brynjolf dort zu sehen. Das wäre schön. Natürlich besuche ich vielleicht hin und wieder einige Städte in Himmelsrand, um Dinge zu besorgen. Wer rastet, der rostet schließlich. Nicht wahr? Wenn dieser Ort je wieder in Gefahr gerät, werden die Schatten euch rufen. Bei Bedarf verbindet ein Portal die Grabstätte mit der Nachtigallhalle. Das könnt ihr nutzen, wann immer ihr möchtet. Sehr schön. Ah. Du musst einen ganzen Tag warten, um deinen Status als Nachtigallagent zu erfüllen. Dann warten wir mal eben kurz einen ganzen Tag. Und Abfahrt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gewählt habe. Unwissentlich habe ich irgendwas gewählt, was ich hoffentlich nicht wollte. Aber kann ich leider nicht sagen. Ich bin echt mal gespannt, ob es mir jetzt angezeigt wird. Ich hoffe es. Ich habe mir einfach irgendwo draufgestellt, obwohl ich das gar nicht wollte. und raus hier. Ah, so. Okay. Gut. Wir haben jetzt zwar den Skelettschlüssel nicht mehr, Freunde, ist das aber jetzt halb so wild. So, die Quest ist damit beendet, Freunde. Quest, 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 Freunde. Das heißt, wir arbeiten heute mal wieder Quest Dialoge beziehungsweise Questsachen ab. Bin echt gespannt, was mich alles erwartet. Wir sind ja mittlerweile auch der Erzmagier der Akademie. Also, das Höchste, was die Akademie zu bieten hat. Wir sind der Oberste von allem. So, wo muss ich denn hin? Gemächer des Erzmagiers. Das sind wir. Mittlerweile. Die Wiederherstellung ist... Würdet ihr sagen... Wer bist du denn? Die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Ui. Würdet ihr? Ja? Gut. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Colette ist so cool. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich hab sie... Ich hab sie jetzt das erste Mal gesehen, seitdem ich Skyrim spiele. angenehmes Stimmchen auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Kleine Heilung, kleine Heilung, Heilung, kleine Heilung. Sehr schön. Und das hier ganz umsonst, Freunde. Hier ist doch irgendwo was am Flattern, was ich wahrscheinlich brauchen werde. Und ein Stein von Barancia. Nummer 3 von 24. Ui. Nummer 3 von 24. Das kann ja was werden. Uns gehört das ja jetzt hier alles. Vitrine, Zwergendolch. Mh. Kristalle. Dankeschön. Ich glaub, das ist... Oha. Ich glaub, das ist mal wieder ein Bienchen oder so im Glas, Freunde. Aber wo? Da oben. Ein Fackelwürmchen, Freunde. Aber wie krieg ich das gefangen, Freunde? Ich brauch ein Glas. Kann man die nur... Kann man die fangen? Oder muss man die so fertig in einem Glas finden? Das weiß ich halt auch nicht. Weil bis jetzt hab ich kein Glas gesehen. Da muss man fertig finden. Ach, verdammt. Aber Dankeschön, Winden. Dankeschön, Winden. Das wär natürlich jetzt nice gewesen, aber... Naja. Schade. Schade. Fangen wir an natürlich ruckzuck und fertig ist die Kiste. Was geht hier ab? Hallor, ne Legende. Forscher, die Legende von Goldur. Bitte, bitte, danke, danke. Ich bin kein Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine... Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Na, natürlich. Ah, vielleicht ein andermal. Ach, verdammt. Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst. Natürlich. Natürlich. Ähm. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Sehr schön. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Immer doch. Immer doch. Also gut. Ah, die Schriftrolle der Alten ist mittlerweile in der Vitrine. worauf ich ja gestern eigentlich gewartet habe. Warte mal, war das gestern oder vorgestern? Bin mir gerade nicht sicher. Bin mir gerade nicht sicher. Wir müssen da oben hin. Ich habe das Erzmagel. Also das ist auch merkwürdig hier. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Also es ist merkwürdig. Hin und her und kreuz und quer. So, neue Quest mal wieder. Erforsche die Legende von Gauldur. Wo ist das schöne Ding denn jetzt hier? Vollgunntour müssen wir hin. Eli Nexus, sehr schön. Dankeschön für diese Spende. Wie gesagt, sobald das voll gespendet ist, Freunde und wir das Community Dingen erfüllt haben, wird es direkt am nächsten Tag dann auch diese Community Herausforderung als Stream geben. Deswegen noch ein paar Tage haben wir noch Zeit. Jetzt müssen wir mal wieder woanders hin. Ah, wir müssen da rein. Ja, moin. Wir müssen hier rein. Bin mir grad aber noch nicht sicher, ob wir hier schon drin waren. Aber ich denke mal eher weniger, dass wir hier drin waren. Da die Sachen hier ja auch noch rumliegen. Ne. Gut. Vollgunntour, Freunde. Schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Ah, ich ahne. Ich ahne Böses, Freunde. Ich ahne Böses. Wir finden jetzt auch mittlerweile durch diesen Perk oder beziehungsweise durch das Leveln mehr Gold, Freunde. Abenteurer. Arme Sau. Elfenbeinklaue. Finde ich die hier? Das wäre nice. Elfenbeinklaue, Freunde. Das wäre nice. Die braucht man hier überall. Ja, moin. Tür ist allerdings aber schon uff. Das heißt, hier ist schon irgendeiner zu Gange. Bin echt mal gespannt, wer das ist. Gold ist immer nice. Nehmen wir mit. Ah, nein. Hä? Was machst du denn hier? Putz. Full auf die Nase, Freunde. Hier ist schon irgendeiner am werkeln, Freunde. Sonst wäre das... Sag mal. Boah. Ey. Ich hab mich jetzt voll erschrocken. Man hat's, glaube ich, gesehen. An meiner Kamerasteuerung. Holla, die Waldfee. Nehmen wir gerne mit. In kaiserliche Rüstung können sie sich sonst wo hinstecken. Ich hasse diese kaiserlichen. Was geht denn hier ab? Was ist denn das hier für eine Versammlung? So, Kindergarten endlich zu Ende hier. Was hab ich verpasst? Auch nicht viel. Nicht viel. Wir sind jetzt nur Agent der Nachtigallen. Was ich ziemlich schön finde. Nur weiß ich halt leider nicht, was für ein Agent ich bin. Und ob ich mich dafür richtig entschieden hab. Ja, man kann doch nie genug Schatzes haben. Oh, weia. So, Freunde. Weiter im Text hier. Ah, ich will nicht tauchen gehen. Dankeschön. So, weiter hoch geht's nicht. Elfenbein-Drachen-Klaue werden wir jetzt gleich kriegen, Freunde. Eine weitere. Oh, Bastille. Ja, moin. Elfenbein-Drachen-Klaue, Freunde. Uh, uh, uh. So, Bücher. Ähm, wie heißt der Dude? Können wir die Bruststücke des Amulets von Gold in Vollgontur? So, jetzt mal gut hier. Ich hab zu schlechte Laune gerade. Ja, moin. Also, ich find aber jetzt mal Butter bei der Fische hier, ähm. Elfenbein-Drachen-Klaue haben sie aber ziemlich schlicht gehalten, ne? Würde ich mal behaupten. Du stehst doch auf. Und du auch. Und du auch. Ne, du nicht. Du bist schon tot. Okay. Dann hab ich nichts gesagt. Ah, da kommt schon wieder einer angestiefelt. Du lässt die Hebel in Ruhe. Freundchen. Ist denn mit dir nicht richtig? Der wollte eiskalt die Dinger aktivieren. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Freunde. Hier auch mal wieder eine Falle eben kurz deaktivieren. So. Und rein. Makelloser Saphir. Sehr schön. Oh, gut. Tote Drauger sind immer am besten, Freunde. Die lebenden... Die lebenden... Die lebenden nerven immer. Das ging ja zackig. Das ging ja zackig, Freunde. Ähm... Oh, ich dachte, die Steine kommen jetzt schon auf mich runtergerollt. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Ihr werdet doch wieder wachen. Ah, wieder ein Rätsel-Spaß, Freunde. Das ist doch Rätsel-Spaß für die ganze Familie. Hier ist doch... Irgendwo einer am rumlaufen. Ja. Komm her. Machen, Halben. Halt den Schnabel. Jo, komm, bin ich... Da ist tote Hose. Das merk ich mir. Skettro, wir machen das dann... Mal... Hier wohl alleine. Ah! Ach. Ist doch alles... Ist doch alles entspannt. Ist ja keiner gezwungen hier. Wird ja hier... Keiner zu irgendwas gezwungen. Wie mache ich das jetzt nicht hier nochmal? Ich muss in den Nebengang rein, Freunde. Ach ja, Draugageißel, Freunde. Ich hasse sie. Die können alles. Ja, irgendwie machst du keinen Schaden, ne? Doch, ich durch unser Blut. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Naja. Wie gesagt, es ist keiner gezwungen zu irgendwas hier. Bin ja auch noch da. Nur gerade in einer Runde Battlefield. Yeah! Gönn dir. Das ist leider nicht mein Spiel. So. Schlange, Delfin, Adler. Schlange, Delfin, Adler, Freunde. Schlange, Delfin, Adler. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Dankeschön. Oh. Ah, Spinnis müssen jetzt nicht sein, aber... Sind mir immer noch lieber als Trauger. Böp. Großer Seelenstein. Yay. Das ist nice. Oh, das könnte ich auch noch gebrauchen. Vokalen, lasst euch... Brauch ich jetzt nicht unbedingt. Hier kommen jetzt... Leute. Am besten ihr bleibt direkt liegen, Freunde. Jawohl. Jawohl. Ich darf was hier verdienen. Einer noch. Sehr schön. Och, jetzt ist das Licht auch wieder angegangen. Wie nice ist das denn? Wurde halt nur ein bisschen dunkel hier wegen den Gegnern. Denke ich mal. Aua. Ach, das tut weh, wenn man so sitzt. Elfenbein-Klaue, Freunde. Mal eben kurz das Muster abschauen. Adler, Adler, Drache. Adler, Adler, Drache. Und wir haben die nächste... Und wir haben die nächste Drachenklaue, Freunde, die ich... ...in Hendraheim wieder ins Regal legen kann. Ich hoffe, die wird mir jetzt nicht gleich wieder weggenommen. Gelbbein-Klaue, ich hoffe, es wird nicht allzu eklig jetzt. Bitte, bitte gib mir mal einen entspannten Dungeon jetzt hier. Ich glaube, das wird nicht so entspannt, wie ich es gerne hätte, Freunde. Ähm... Juhu. Lern fliegen. Erst nur 20 Kaffee und 20... und 10 Schnapsbritter. Sklave, weg mit dir. Das Schwert, was er hat, ist, glaube ich, nice. Warte mal, den Sklaven mal... Die wollen flüchten. Aber damit die mir nicht auf Nüsse gehen, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja gleich geschafft schon. Ich hab's mir schwieriger vorgestellt, aber die kommen jetzt alle erst noch, Freunde. Seid ihr alle umgefallen? Ja, moin, die sind alle umgefallen. Och, Mensch. Das erleichtert die Sache ja ungemein. Fragment von Goldurs. Goldur-Schwarz-Klinge. Nehmen wir mit, Freunde. Versiegelungsformel. Sehr schön. So, ist doch hier irgendwo was Interessantes, oder war's das jetzt schon? Wir sind alle umgefallen wie die Fliegen, Freunde. Schade, schade, schade. Naja, weniger Action für mich. So, ist hier sonst nichts Interessantes, oder? Was ist das? Schwierig. Schwer mit dem Schätzen. Ach, im nächsten Raum ist das erst mit dem Drachen, äh, mit dem Drachensbruch. Ja, die wurde echt wirklich schlicht gehalten, die Drachenklaue. Andere sind schöner. Gelb-Beutel. Genau, die Truhe habe ich gesucht. Entfühl mich einfach aus dem Channel. Breh. Ja, moin. Vollgunschklaue. Nächste Drachenklaue, letztendlich. Und ein weiteres Amulett von... Hopp. Wo geht's jetzt hier raus? Nein, nein, nein. Ich glaube, es geht hier raus. Yep. Ich bin auf dem richtigen Weg. Warum ist die... Ich finde die Bruststücke des Amuletts von Goldo in Geiermunds Halle. Ja, Freunde, als nächstes auf zur Geiermunds Halle, die mal wieder irgendwo am Arsch der Welt ist. Ja, Schleier. Ja, komm. Ähm, ich weiß nicht, haben die ein Handelskonto in Iwas Stadt? Bin ich echt mal gespannt. Ja, die haben hier nur eine Taverne. Haben hier nur eine Taverne, leider. Einen Shop haben die hier, glaube ich, nicht. Lasst mich in Ruhe. Schade. Aber es ist ja nicht zu weit von hier weg, deswegen war das jetzt... Naja. Man war entspannt. So. Mr. Krebs. Ich bin mal gespannt, ob Mr. Krebs hier irgendwo rumläuft. Tiere lasse ich leben, Freunde. Die haben mir nichts getan. Geiermunds Halle, Freunde. Eine Geiermunds Halle. Haha. Geiermunds. So. Skiver. Warum nicht? Abenteurer. Verlorene Legenden. Zwei kleine Heiltränke. Sehr schön. Verlorene Legenden, Freunde. Ne, das ist unser Raum. Nein, alles gut. Wünsche euch viel Spaß. Entspann dich erstmal. Ähm. Verlorene Legenden. Der arme Abenteurer. Ja, liegt hier. Wood von Skiver. Muss ich hier reinspringen? Oh, nee, Freunde. Juhu. Keine Ahnung. Ich hab unbegrenzt Luft irgendwie unter Wasser. Boah, sehr schön. Sehr schöner Loot. Sehr nice Salute, Freunde. Warum liegen hier so viele Geldbeutel? War da nicht eine Truhe? Ja, die Truhe hab ich doch gelootet. Mehr Leichen in der Skyrim als alles andere. Boah, irgendwie schon, ne? Also wohinten, die Truhe hab ich doch gelootet. Oder? Oder war da nur noch eine andere Truhe? Bin mir grad nicht sicher. Es sah so aus, als wäre davor noch eine gewesen. Okay, ne Urne, Freunde, die ich noch nicht hatte. Es sah so aus, als wäre hier vor noch eine gewesen. So nah beieinander. Ja, schwierig. Ich hab hier hinten die Truhe auf jeden Fall. Oh. Ich ertrinke. Ich hab doch nicht so viel Luft. Knallpunkten hier. So. Ah, Freunde. Es war eine Falle. Aber keine Lust auf Grillhähnchen. Gute Frage. Ich hab jetzt 7000 verwundert. Alter. What the hell? Da ist aber einer fleißig am Sammeln. So, Adler. Adler, Delfin. Adler, Delfin. Auf der Seite. Ja, moin. Dann hilf uns mal, das Ziel voll zu machen. Wie mache ich das denn voll? Ja, Kalista. Jetzt hast du was zu tun. Delfin, Schlange. Delfin. Ja, moin. Schlange. So, und ich krieg kein Aufrühre. Obwohl ich ein bisschen kämpfen und leveln möchte. Wenn ich einen wecke, kommen viele andere. Als das Teil auf einmal runterkam. Ja. Ja. Der war schon echt ein bisschen trippy. Mammutschädel mit der Hörner. Hat mich fast aufgespießt. Auf die Punkte unter dem Schattenfenster drücken. Und ganz oben steht ja... Ja, moin. Und da sind die ersten 2000 von Winden. Dankeschön für die kleine Community-Herausforderungsspende. Wenn was unklar ist. So, jetzt sind das nur noch 6700. Aber du bist ja so ein fleißiger Zuschauer. Die kriegst du ruckzuck wieder rein. Das ist ja... Das ist ja ein Kinderspiel hier. Da ist aber einer. Ein Stahlpfeil. Ja, den könnt ihr behalten. Den Stahlpfeil. Bitte sehr. Das stimmt. Du bekommst einen Knutscher von mir. Stellvertretend. Erzmagier Geiermund. Wo, wie, was, wer, weiß. Wo? Von wo? Ach, von da oben. Wartet mal. Ich hol den mal eben kurz runter. Ich glaub, mein Hamster pfeift hier. Was fällt dir eigentlich ein? Moment, Werber. Ja. Eine Stunde. Ja. Das ist in Ordnung. Also ist es auf jeden Fall besser als die letzten Tage. Das ist ja auch alle unterschiedlich stark sind. Das ist auch ein bisschen beklemmend, Freunde. Spinner. Gar keine Chance. Blüpp, 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 blüpp. Blü, 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 blü. Das war short. Oi. Warte. Du schreist mich nicht an. Ich versuhl dir jetzt erstmal den Hintern. Hast du mich angeschrien, oder? Na, sehr schön. Besser geht's doch gar nicht. Im Erzkriegs-Axt haben wir schon. Haben wir schon. Ähm. Irgendwo muss ein Schalter sein. Irgendwo muss in... Nein, 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 nein. Oh. Gott sei Dank bin ich hier nochmal runtergefallen. Irgendwo muss ein Schalter sein. Ich hab den bis jetzt aber noch nicht gefunden. Vielleicht noch mal den Hebel ziehen. Oh, nee, hier. Der war aber gut versteckt. Ja, pack du mal da... drinne rum. War hier nicht noch irgendeiner am rumkrabbeln? Ah, jetzt hab ich was mitgenommen, was ich gar nicht mitnehmen wollte. Ja, komm mal her. Lass deine Magie sein. Warum macht Magie mir keinen Schaden mehr? Ich hab doch nichts zu mir genommen. Raserei. Hab ich Raserei schon erlernt? Nein, hatte ich noch nicht erlernt. Sehr schön. Oh, nein. Jetzt geht das hier schon wieder los. Der portet sich von einem... Sieg des Gaulersohn. Der portet sich, Freunde. Mein lieber Herr Gesangsverein. Von dem werden wir jetzt her... ...schwer durch den Raum geschleudert. War er das? Oh, du blödes... ...etwas. Direkt den richtigen. Ey, das ist so ekelhaft, Freunde. Bin ich mal gespannt. Freunde, ey, das ist doch nicht normal hier. Lass mich doch leben. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist er denn? Hä, wo ist der denn hingeflogen? Das dauert jetzt erst mal ein bisschen, Freunde. Bis ich den bekämpft habe. Nein! Lass mich in... Lass mich zufrieden. Alter Schwede. Ja, das ist ja schön und gut. Oh, nee, oder? Das ist asozial. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist doch assi, oder? Na ja, töte mich. Also, das war jetzt aller... ...höchste Ekelhaftstufe, Freunde. Das war denn mit denen jetzt nicht richtig. So, Bruder. Äh, Freunde. Ich... ...bevor ich weitermache... Äh... ...nächster Versuch startet jetzt gleich. Bis gleich. Das war jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist beknackt, Freunde Das ist wirklich beknackt, die Stelle hier im Spiel Ja, ja Asozial Ach, 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 ach! das ist eklig es hell hier gerade das ist wirklich beknackend gerade ja moin so ich hoffe mal feierabend hier hügel das amulett zusammen ok wie mei das denn jetzt neues buch was ich lesen kann neuer zauber ach ja das habe ich ja gerade nicht getan perle nehmen wir mit gott sei dank habe ich es hinter mir gott sei dank habe ich es hinter mir warum warum mitten da also das ist jetzt auch Mist erst mal hier raus und Hmph! Will da aber nicht rein. In die Richtung? In die Richtung, okay. In die Richtung müssen wir. Uh, das... Das ist ziemlich weit oben, Freunde. Das ist ziemlich weit oben. In der Heilung. Hm? Mhm. Ja, gut. Okay. So. Oh. Ah, wir sind fast da. Ist das der Wasserwindfelsen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Scheint so. Hm. Hm. Hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Sehr schön Jetzt haben wir schon Wir haben jetzt in einer Quest schon Zwei neue Drachenclown Gefunden Mirko, herzlich willkommen Ich glaube, das war die Smaragddrachenklaue, Freunde Bär, Delfin Irgendwas Ich denke mal, das ist richtig Ich denke mal, das ist richtig Achso, hier kommt die Elfenbeindrachenklaue Wieder zum Einsatz, okay Das ist nice Adler, Adler, Drache Und rein in den Peter Jawohl Hui Hier komme ich wahrscheinlich später wieder raus Hier ist das Geknüppel doch wieder vorprogrammiert, Freunde Hier ist das Geknüppel wieder vorprogrammiert Ich spreche ab Das ist mir nicht geheuer Ein nach dem anderen Das ist mir nicht Ne, auf Zauberer habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Jawohl Mirko, so schauts aus. Numero Uno. So, der nächste Dude ist in Anflug. Ähm. Das Amulett. Ach nicht schon wieder die Schreihälse. Das ist auch der Falsche gewesen, Freunde. Okay, auch der Falsche. Ja, das ist der richtige, Freunde. Also bei dem finde ich das beschiss, weil der sich immer wegportet. Ab jetzt kann ich den erkennen. Jawohl. Ach, ihr seid doch so ein Assi-Verein hier, ne? Ja, da hinten ist es. Alter, verweilter. Ja. Ja, hier. Ja, moin. Ich werde nochmal weggekegelt, Freunde. Jetzt kommt der dritte an der Reihe. Jetzt kommt der dritte, Freunde. Beide besiegt, jetzt kommt der dritte im Bunde. Jürich. Ja, du bist der dritte. Gaul der Sonne. Hm, der will sich auch supporten. Bei mir ist gerade ein Drache. Oh, nicht schlecht. Oh, nö. Oh, nö. Feierabend jetzt hier. Ja, Freunde. Ihr seid besiegt worden. Die man abgeklappert hat, ja. Nicht noch einer. Ah, ne. Der hilft mir, das Amulett wieder zusammenzusetzen. So. Das war die Quest. Jetzt bin ich mal gespannt, was das bringt. Die Verbotene Legende. Handschuhe. Steigere deine Gesundheit, Magiker und Ausdauer um jeweils 30 Punkte. Nehmen wir. Nehmen wir, Freunde. Hört sich nice an. Nächste Quest fertig. Und wir reisen nach Hause. Wartet mal. Ah, das Gold nehmen wir mit. Angenehm. Das Gold nehmen wir mit. Haben wir ja sonst nichts. Oder gibt es hier irgendwo eine Abkürzung? Hätte ich fast vergessen. Den Dude. Es hat sich nur ein Raum mit einer Kiste geöffnet. Aber wo ist dieser Raum? Wo du herkommst. Okay. Basti hat auch gespendet. Yay. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wahnsinnserz. Sehr schön. So. Raus hier. Jawohl. Für fast null Gewicht. Das ist nice. So, Freunde. Ab nach Hendraheim jetzt erstmal, bevor wir die nächste Quest in Angriff nehmen. Erstmal eben kurz nach Hause. Oh, weia, ey. Huh. So. Smaragd. Und die Elfenbein, Freunde. Sechs Stück mittlerweile schon. Nicht schlecht. Irgendwas hier von Goldur. Wahrscheinlich der Fall zu sein. Hm, 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 hm. Ah, die Ebenerzrüstung könnte ich mal eben kurz hier hin knüllern. Denn die ist noch nicht komplett, Freunde. So, die Dibelskalenrüstung, die brauche ich ja erstmal nicht mehr. Bei der Ebenerzrüstung, Freunde, fehlt mir noch der Helm. Ja, Mirko, ähm. Danke trotz, danke dir, aber, ähm. Ich denke mal, ich denke mal im Laufe der Quest, die ich jetzt abschließe, wird die mal eben, wird die dann wahrscheinlich mal, dann irgendwann, sowieso, glaube ich, kommen. Deswegen danke dir trotzdem. Danke dir trotzdem. Aber, brauchst du jetzt nicht. So. Ein Quest nach der anderen machen wir jetzt, Freunde. Einfach mal die Quest abarbeiten. Wovon ich sowieso schon so viele habe. Wir müssen dem Bettler Almosen geben. Och, ne, ich hab keinen Bock auf Drache. Da wollte ich jetzt mal zu viel haben. Da wollte ich jetzt zu viel. Zu viel riskiert, Freunde. Habe ich die Sachen abgelegt? Ja, Sachen habe ich abgelegt gekriegt. Sauber. So. Dann wollen wir nochmal dahin. Der ist im Hafen von Windhelm wahrscheinlich. Das wird wundervoll. Das wird wundervoll. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ach so, die meinen den Drachen. Ey, jetzt sag nicht, ich komme da nicht. Haben die hier irgendwie kein... Also, wenn du im Wasser gelandet bist, kommst du da nicht hoch, oder was? Alter, dieser Drachen, ne? Ah, doch, hier. Oh, nö. Oh, nö. Das ist ein Scheiß-Drachen, Freunde. Hm. Das ist ein Scheiß-Drache. Ah, ich bin nicht so der Bogen- und Armbrust-Typ. Ich glaube, ich muss da mal hoch. Anders kommt der, glaube ich, nicht runter. So. Drachenfall. Dankeschön. Nur auf den Nahkampf beschränkt zu sein, ist auch scheiße. Ist halt... Ist halt das Ding, was ich halt durchziehe gerne. Jetzt haut der Drache wieder ab. Das fand ich jetzt wieder nicht so toll. Ach, da hinten kreist schon der Nächste. Ja, moin. Ich glaube, der möchte wiederkommen, Freunde. Ist das jetzt dein... Fucking ernst? Hau doch nicht wieder ab. Also, das ist doch ein Bug. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Freunde? Dass die Drachen abhauen, das ist nicht normal. So, jetzt verschwindet er. Jetzt kommt er gleich wieder. Ich kenne das Spielchen doch. Ich kenne das Spielchen doch mittlerweile. Kommt nicht mehr wieder. Nee, und dafür so ein Stress hier. Das ist unglaublich. Wenn er jetzt gleich wiederkommt, dann... Drehe ich hier aber richtig am Kabel. Dann ist das Spiel... Weiß ich nicht. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Das kann doch nicht sein fucking Ernst sein. Und schon wieder haut der ab. Also, langsam kriege ich echt Aggression hier mit dem Scheiß. So ein verdammter Scheiß hier, ne? Das ist doch nicht normal. Hey, das ist so ein... Also, wenn alle so wären, Freunde... Na, dann mal Prost Mahlzeit. Ey, ehrlich, ich krieg zu viel. Ich krieg... Ich danke euch. Der ist schon wieder da. Der Drache ist schon wieder da, Freunde. Also, langsam krieg ich schlechte Laune. Alter, geht mir der Drache auf den Zünder, ey. Mein Herr, wollt ihr schöne Blumen kaufen? Bitte. Ich... Ja, besser ist... Lass mich jetzt... Lass mich in Ruhe. Hab zwar jetzt nichts gedrückt, aber... Lass mich in Ruhe. Und schon ist er wieder weg. Ja, aber... Keine Ahnung. Ich hab keine Lust auf den Drachen. Ja, ja, die Feinde sind wieder in der Nähe. Fragt sich nur wo. Schön wär's, wenn du hier landen würdest. Kannst du nicht mal mit deinem Eis... Komm hier jetzt runter. Lande hier. Wer will mich da nutzen? Meine Güte, ey. Nervig, nervig, nervig. Du nervst einfach nur, Frustrache. Und sofort wieder landen. Mein lieber Herr, gesagt, sein, Freunde. Dieser Drache nervt. Der hat genervt. Alter Verwalter, ey. Den Part hab ich vergessen. Achso, ja moin. Also, der Drache hat mir jetzt echt wirklich Nerven gekostet. Der hat mir Hardcore-Nerven gekostet jetzt gerade. Meine Herren, ey. Hat der mir jetzt Nerven gekostet? Das ist unglaublich. Ja, das werden wir später machen. Wenn wir mal wieder hier hinkommen. Moment, das machen wir später. Das arme Mädchen. Was geht hier ab? Kriegt ihr denn nicht? Muss ich mich erst einmischen? Damit's hier funktioniert? Oder was ist los? Arme Mädchen, ey. Ja. Ehrlich, erst fuckt mich der Drache ab und dann kommt noch dieses Mädchen. Ähm. Och, was will sie denn jetzt? Sturm! Die hat ne Ebenerzrüstung, Freunde. Aber warum will die gegen mich kämpfen? Die hat sie doch nicht mehr alle. Dein fucking Schutzzauber hilft dir jetzt auch nicht. Ebenerzschwert, noch ein Ebenerzschwert. Noch ein Ebenerzschwert, noch ein Ebenerzschwert. Plattenhelm, jawoll. Ein Skettro. Langdolche, Plattenrüstung. Dankeschön. Ich hab ne komplette Ebenerzrüstung. Drachen. Drachen. Oh. Nein, nein. Hier. Bleib hier. Bleib hier. Also schlecht sieht sie nicht aus. Komm schon. Will die wegschme... Ach, nein. Will die wegschmeißen. Oh, Mann, ey, Freunde. Ehrlich. Hammerhart. Und das war jetzt die Quest, oder wie? Waldelfenblut brauchen wir noch, Freunde. Wo krieg ich ne Waldelfe her? Wo bekomm ich das Blut eines Waldelfen her? Das ist jetzt wieder die Frage. So, Hendraheim. Fendal in Flusswald. Jawohl, ich danke dir, Mirko. Fendal in Flusswald. So. Die lassen wir hängen. Ich habe Lust auf Ebenerzrüstung, Freunde. Obwohl, nach die Gallrüstung mir lieber gefällt. Dann werden wir die nicht anziehen, sondern werden da jetzt nur den Ebenerzplattenhelm draufsetzen. Obwohl. Die ist verzaubert. Na, dann gib mir den Helm wieder, Freunde. Dann gib mir den Helm wieder. Dann werden wir die auch anziehen. Dann werden wir die jetzt auch anziehen. Sehr schön. Und werden unsere Nachtigallenrüstung dann jetzt hier aufhängen. Jetzt sind wir komplett aus Ebenerz, Freunde. Sehr schön. Wo habe ich die? Ah ja, genau. Die habe ich ja hier. In meinem Kleiderschrank alle geballert. Die Bekleidung, die ich nicht brauche. Oh, wir müssen unbedingt Sachen verkaufen gehen. Das ist nicht mehr normal. Wieso habe ich so viel Gewicht, Freunde? Schon wieder so viel im Schlepptau. Das kann ja nicht sein. Kann echt nicht wahr sein. Hier sind Ebenerzwaffen. Warte mal kurz. Wir haben ja noch Waffen. Ach, den Bogen können wir hier hinhängen. Ebenerzschwerter. Also, unglaublich. Gaul-Dur-Schwarz-Klinge. Gaul-Dur-Schwarz-Bogen. Nee, das gibt es nicht. Ja, normalerweise hätte ich den jetzt gar nicht. Normalerweise hätte ich den gar nicht platzieren dürfen. Weil das ein Quest-Gegenstand war. Bogen der Nachtigall. Hänge ich hier jetzt die ganzen Bögen auf oder was? Warum habe ich so viele Bögen, verdammt? So, was haben wir denn noch hier? Alter, warum habe ich Stahlpfeile so viele? Hänge ich hier auch noch auf. Ach, Mann! Ey! Was ist das denn hier schon wieder für ein Mist? So. Hänge da dran jetzt. Ja, aber Pfeile, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Bogen-Armbrust-Typ. Ich lasse die Pfeile immer Pfeile sein. So. Dem Erzschwert. Verkaufen, ja. Aber wie gesagt, die bringen ja auch nicht viel. Deswegen ist das alles schon so in Ordnung. Ach, hier habe ich die Waffen reingelagert. Okay. Bogen der Schatten zum Beispiel auch. Das ist unglaublich. So, was kann ich denn jetzt hier nochmal... ...verzaubern? Einhändig verstärken. Das wäre noch so eine Sache. Das ist Mist. So. Waldelfenblut. Feendal in... ...Flusswald. So. Flusswald, Flusswald, Fulusswald. Schwere Rüstung einfach leveln, dann passt das schon. Ja, das werden wir dann gleich auch machen, wenn wir die nächste Stufe aufgestiegen sind. Wollte ich denn jetzt hier? Fendal, wo bist du? Bestimmt wieder in der Taverne. So wie ich ihn kenne. Boah, ein braver Hund. Braves Hühnchen. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin sein Amt. Aber dort, jetzt nicht, Mann. So Torte. Ich bin kurz hier unten gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes rumliegt. Düm, 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 düm. Ich mag den Baden hier nicht. Boah, wo ist dieser blöde Waldelf denn jetzt? Meine Herren. Wo ist dieser Waldelf, Freunde? Fendal, du... Birne. Birne. Und man, in dem Haus komme ich gar nicht mehr rein. Fendal ist doch... Der blöd Mann hier. Aber wo ist der denn? Da ist er. Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr... Ahn habt? Ich speichere mal ab. Ich glaube, den braucht sowieso keiner mehr, oder? Was denkt ihr, was ihr da macht? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Mein lieber Herr Gesangsein. Ich glaube, den brauche ich sowieso nicht, Freunde. Schlüssel zu Fendal's Haus. Hä? Wo ist denn sein Haus? Ja, ist okay. Ihr wollt wieder campen. Im Namen des Jarl bleibt stehen. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt weitergehen. Es ist alles in Ordnung. So. Fendal braucht sowieso kein Schwein. Aber wo hat er sein Haus hier? Ich habe sein Haus hier noch nie gesehen. Stimmt das hier hinten, Freunde? Das kleine Haus hier hinten. Schauen wir mal, ob er was Nützliches hier liegen hat. Warum nicht? Läuft bei ihm. Sehr schön. Können wir nämlich die Quest jetzt nämlich auch mal wieder in Angriff nehmen? Was war das dann nochmal für eine Quest? Ach, das ist... Die habe ich ja sogar schon markiert, Freunde. Ich glaube, eine Deda-Quest. Von dem Fürsten. Der Meos Mora oder so, wie der heißt, glaube ich. So. Ich kann sie beinahe hören. Ich fühle ihre Lebensenergie. Kommt, ich stelle die Mixtur her. Aua. So, indem er das macht, bin sofort wieder da, Freunde. Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bin ich mal gespannt, was er jetzt treibt. Ach, alles entspannt. Hab mit mir gerade nur selber geredet. Jetzt seh ich dir nach im Stream. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, ja. Da wurde halt Hops genommen, Freunde. Kommt, mein Champion. Da wurde der Hops genommen. Ihr habt nun mein Ogma Infineum. Es enthält das Wissen der Zeitalter, wie es meinem treuen Diener Xarsis offenbart wurde. Über Jahrhunderte war es der Welt verborgen. Septimus war ein nützliches Werkzeug, um es wieder zum Vorschein zu bringen. Es liegt nun in euren Händen. Lasst uns gemeinsam Wunder bewirken. Lass uns gemeinsam Wunder bewirken. Wie, wo, was weiß, obi. So, jetzt kann ich ihn endlich bestehlen. Ich finde den Schreiben von Böttcher. Och, juhu. Feuersalze nehme ich mal mit. Diese werden später nämlich ziemlich selten. Lieber halte ich mal. Den nehme ich mal lieber mit. Wollte aber nicht mehr Quest annehmen. Als ich sowieso schon habe. Dann nehme ich gut schon was runtergearbeitet, Freunde. Den Schrein von Böttcher. Wo ist der denn? Da ist er. Dann muss ich da wieder hochlaufen. Den Berg hochkraxeln, Freunde. Den Berg hochlaufen. Eine Spür von Ihnen. Hallo? Werter Reisender. Hallo, mein Freund. Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem... Hm. Tja. Nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tana eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Barden Akademie in Einsamkeit probieren. Hm. Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Was? Wolltest du hin? Ach, komm dann... Lass mich in Ruhe. Blöd, Mann, ey. Ach, hier komm ich nicht hoch, Freunde. Hier werde ich nicht hochkommen. Nochmal eben kurz dann einen anderen Weg finden nach oben. Ah, ich glaub der Weg ist angenehmer. Warum nicht gleich so? Für den Böttcher-Kult. Ah, das ist die Quest, Freunde. Ah. Da an die Quest kann ich mich auch erinnern. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Böttcher! Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen... Wie heftig sind. ...hörten wir der Welt unseren Willen auf. Ihr? Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Der Fürst der Pläne, Teuscher der Nationen, Verschlinger von Trinimok, die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, er, der zerstört und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Das bleibt abzuwarten. Doch wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Nice. Warte mal. Wie ging diese Quest nochmal? Der Typ hier unten war doch glaube ich dafür gut geeignet. Wenn er hier noch rumläuft, ich hoffe es. Ich hoffe, dass er hier noch rumläuft. Bitte lauf hier noch rum. Da ist er doch. Ein Leben voller Abenteuer und Volk. Natürlich, um vor dem gewöhnlichen Volk aufzutreten. Ah ja. Wieso sollte die Gabe der Musik den Höfen und Tavernen reicher Städte vorbehalten bleiben? Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Ach, das ist ein Bade, Freunde. Möge es mir Segen mit euch sein. Dies hier ist eines meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Hau raus. Ein Held, ein Held, nach Kriegeherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Oh, nee. Oh, den kann ich mir gar nicht ziehen, Freunde. Oh, nee, Digga. Oh, ey, ey. Oh, nee, Freunde, ey. Ehrlich. Was habt ihr denn hier schon wieder zu suchen? Was habt ihr denn hier schon wieder zu suchen? Ich hab euch doch schon einmal besiegt. Ja, du bist wieder super mega heftig, Alter. Komm, halt den Schnabel hier. Was soll der Scheiß? Wo bist du? Den konnte ich mir jetzt gerade echt nicht ziehen, Freunde. Also, da hab ich schon bessere Singen hören, ey. Also, ich halte mal fest. Männer in diesem Spiel können nicht singen. Meiner Meinung. Meine Meinung auf jeden Fall. Irgendein armes Schwein, Wynton, was ich vielleicht opfern kann. Kennst du da vielleicht jemanden, den ich vielleicht opfern kann? Nee, der war wirklich nicht toll. Deswegen bin ich da auch so schnell wie möglich wieder weg. Hm. Schwierig. Ich kenne jetzt... Ich weiß jetzt auch niemanden. Nerzem. Nerzem. Äh, wer ist das? Und wo ist der? Wo finde ich ihn? Aus Weißlauf. Okay. Ähm, wo... Wo ist der genau? Wo ist der da genau? Na, warte. Mach ich... Wir warten mal eben kurz. 10, 11, 12, 13, 20. Live durch die Stadt. Okay. Dann suchen wir den mal. Ich verbringe viel Zeit an den Marktstellern, damit ich das Kaufmannshandwerk alarme. Alles Tages eine Zeit... Hallo, Riyad. Ich verbringe ich mir ab. Carlotta. Oh, er sagt... Ich berate den Jarl. Hm? Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Aber der will nicht. Ihr braucht etwas. Wir müssen... Aber der möchte nicht mitkommen. Den kann ich nicht als Gefährten mitnehmen. Nach allem, was ihr getan habt, sollte ich euch zusammenschlagen. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karavani... Ich muss irgendeinen wählen... ...der mit mir kommen. Ich habe nichts getan. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Geschenk aus Nächstenliebe. Was nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflagten Mähre gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Argonisches Bier. Still, das argonische Bier. Oh, nee. Argonisches Bier, Freunde. So, wie der da war, noch eben den Hund lüften. Yay, welcome back. Welcome back. Basti. Argonisches Bier. Wo soll dieses argonische Bier denn stehen? Hier unten. Das ist so eklig draußen. Alter Schwede. Oh, ja. Das glaube ich gerne. Warte mal, wir warten mal eben kurz. Bis abends. Und hoher ich das stammt. Jetzt ist der Bettler wieder drin oder was? Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Und ich schicke euch immer wieder hin. Mein liebster Saufgum. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Eiltrank. Ich habe ihn im Tempel, äh, gefunden. Besser du sagst nichts mehr. Besser du sagst nichts. Besser du sagst gar nicht. Ne, warte mal. Ich kann doch hier irgendeinen mitnehmen wahrscheinlich. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Nice. Guten Abend. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer stehen. Gut euch an meiner Seite zu haben. Hier in Weißlauf hat es eine mächtige Schlacht gegeben. Gewiss? Was kann ich für euch tun? Wenn ihr nach einer Dame... Ich bin Barde, ausgebildet an der Artenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Ein guter Rat zum Abschied. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine sechs Sekunden überleben. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette hundert Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden auffischen werde. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen. Keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Los, zeigt mir aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh Mann, Freunde. Was hat man davon, wenn man so ein großes Mundwerk hat? Geht das alles, was ihr könnt? Glaubt ihr, dass ich an euch habe? Udgert, die Unbeugsame. Ist das schon alles? Ich zieh's mir gar kein Leben ab. Ja, so trainiere ich auch schwere Rüstung. Sehr schön. Die macht mir actually auch keinen Schaden, ne? Kommt schon. Mal sehen, was ihr drauf habt. Ja, komm. Trainier mich ein bisschen. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten... Jawohl. Und Michael macht Musik im Hintergrund. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das... Ich werde euch vernichten. Dieses nächste... Äh. Dieses Lied hier ist besonders... Lass sie mal schlagen. Jemand muss... Äh. Ich mach mich aus dem Schaden. Äh. Krimniere mich mal ein bisschen. Dieses nächste Lied ist für Drachen gut. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Unsere Zeit... Erdrückung... Einig, aus dem... Jemand muss etwas unternehmen. Aber ihr macht mir gar keinen Schaden, Freunde. Das ist langweilig. Alter. Kommt schon. Zeig mir, was ihr könnt. So levelst du mich nicht gut genug. Das war gar nichts. Glaubt ihr jetzt, dass ich Angst vor euch habe? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Warum tut ihr dieses 30 weh? Ragnar der Rot. Weil die großen Mundwerk hat. Das ist alles gut. Das war schon alles? Wirklich? Jep. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist... Dies ist eine Oder an Himmelshandlung. Ich stürmte dich. Dieses Lied hier ist alles gut. Jetzt ist aber mal langsam gut hier. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. So, Ruhe jetzt. Das ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Da war der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rote. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Alter Schwede, Freunde. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Du wirst geopfert. So ein Ding ist das. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sagt. Vergeuden wir keine Zeit. Du wirst geopfert. So ein Ding ist das hier nämlich, Kollege, Frau Schnürschuh. Also, ich glaube, mein Hamster pfeift hier. Aber gewaltig. Und mit laut dem Lirnfall geschmackt. So. Winden, wir haben jemanden gefunden, den wir öpfern. Pferde, hier ist die Kiste. Wie wird geopfert? Arschlecken. Ja. Wie wird jetzt erstmal geopfert, Freunde? So, ich brauche da halt jemanden, den ich opfern kann. Renner. Ach, da ist er. Ähm. Ähm, wartet mal hier. Ihr müsst etwas für mich tun. In Ordnung. Was? Was? Mache ich. Braucht ihr noch etwas? Gehen wir? Wie mache ich das jetzt? Habt ihr mit diesen Gefährten ge... Zu hitzköpfig, jammernden sie. Schwache, Arme... Okay, Kalista, bis gleich. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Ha, Udgert. Sie wollen, dass ich mich beweise. Udgert wird geopfert. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten. Ja, komm. Da waren erst die ersten Barthaare wuchsen. Blablabla, blablabla, blablabla. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach... Ich habe einfach... Die Kontrolle verloren. Oh, das tut mir aber leid. Ich müsste das... Ihr müsst was für mich tun. In Ordnung. Was? Was? Ein Bord oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck. Mache ich. Wollt ihr euer Ereignis gegen mich auf die Probe stellen? Ich stehe... Geht voran. Gehen wir. In Ordnung. Was? Was? Mache ich. Oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Wollt ihr euer Kanon gegen mich auf die Probe stellen? Ähm. Rinden. Wie... Wie mache ich das denn jetzt hier? Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Bombs. Beide können... Wie mache ich das jetzt hier? Ja. Aufpassen! Ich warne! Wollt ihr mich auf die Probe stellen? Hier hätte ich nie hier kommen sollen. Was macht ihr denn da? Habe ich doch jetzt gemacht! Wollt ihr euer Können gegen mich? Nein. Außer wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Oh... 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 Naja, weil in der Quest steht, ich muss die Opfern, aber... Locke jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. Achso! Ja, moin! Ja, ich warte mal eben kurz, Freunde. Ich habe meine Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Aber es ist harte Arbeit. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie... Ähm, werde mal eben kurz eine kleine Pause machen, Freunde. Bis gleich in alter Frische. Ich habe mal eben nicht, Mathias oder Gäste. Wenn ich fühle mich zu hause, dann strSC Moderator. Ich habe mal BIG, um ihre Hänge, um die Ausgl�er, um die heutige sunshine und die Finale zu trenieren. Ich habe kurz Engebeiter gehabt, das hat nichts anderes weiß. Also werde ich mich zu fermieren. Wir machen mal gerne, Leute mir ein Frische. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hättet ihr ein klares Ziel vor Augen, müsstet ihr euch nicht entschuldigen. Ihr müsst noch vieles lernen. Doch habt ihr bewiesen, dass euer Wille stark ist und euer Herz kein Mitleid kennt? Vielleicht seid ihr also nicht vollkommen nutzlos. Wir werden es bald herausfinden. Bin mal gespannt. Hört alle her! Hört mich an. Ich benötige einen Krieger. Es kommen nur die unbarmherzigsten, durchtriebensten und gewandtesten in Frage. Ihr habt euch Nacht für Nacht hier versammelt, Trottel auf meinem Schrein geopfert und euch die Zeit mit ziellosen Übungskämpfen vertrieben. Doch wer von euch ist den anderen wahrhaftig überlegen? Beweist euch mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für denjenigen. Ich speicher ab, Freunde. Das wird ein Geknüppel. Der am Ende übrig bleibt. Ist da jemand? Nein! Alle auf alle! Alle auf alle! Die kloppen sich alle gegenseitig! Ja, rein mit Peter! Oh, das ist der Steckste hier im Bunde. Hahaha! Nein, nur noch wir beide! Bist du blind oder was? Alle gegen alle, Freunde! Klinge der Opferung. Alter! Nice! Gut gemacht! Ihr habt eure Willensstärke und euer schwindlerisches Talent unter Beweis gestellt. Ihr habt Brutalität und Geschick im Kampf gezeigt. Heiliger! Es ist nun Zeit für eine letzte Prüfung. Seid ihr dazu fähig, eure Ehre beiseite zu legen und mit der verborgenen Klinge zuzuschlagen? Jawohl! Ich habe keine Verwendung für geistlose Sklaven. Meine Diener verfolgen ihre eigenen Ziele. Doch sollte ihr Wille nicht stark genug sein oder mit meinem nicht ausreichenden Einklang stehen, dann vernichte ich sie einfach. Ah ja! Womit wir bei meinem aktuellen Anliegen wären. Bitte! Mein bisheriger Champion erregt mein Missfallen. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Auf althergebrachte Art. Ich spreche seinen Namen ungern aus. Wer ist es? Etwas, das einen Namen besitzt, an den man sich erinnern kann, lässt sich nicht auslöschen. Ihr werdet ihn in seinem Versteck am Meereskamm finden. Ah, da war ich schon. Der sich als König von Banditen und Wegelagerern aufspielt. Da war ich schon, Freunde. Er hat eine Zeit lang seinen Zweck erfüllt. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Er missbraucht meine Geschenke zum eigenen Vergnügen. Und das einzige Vergnügen, das ich dulde, ist meines. Ihr werdet ihn in seinem Versteck am Meereskampf tötet. Ermordet ihn kraftvoll. Er ermordet ihn. Lasst ihm gar nicht erst die Würde einer Gegenwehr. Tun wir. Sobald seine kalte Leiche auf dem Boden liegt und jegliche Spur seiner Anhänger ausgelöscht ist, holt ihr euch meine Eben-Erzrüstung. Ein Geschenk, das meinem wahren Champion vorbehalten ist. Ja, moin. Noch eine Eben-Erzrüstung. Gehe euer Wille die Welt. Egen. Was? Hat keiner von euch gewollt? Eine Reise des Stolzes. Iranias Tagebuch. Ich bin das Grab des alten Kriegers. Und wieder eine Quest, Freunde, die ich nicht haben wollte. Töte den Messerkamm. Mann. Messerkamm waren wir doch schon. Gut, dann gehen wir da nochmal hin, Freunde. Ist ja kein Problem. Eben-Erzrüstung von Böthia. Ey, die wird richtig heftig sein, die Rüstung, Freunde. Ey. Was ist mit dir nicht richtig? Junge. Was wollt ihr von mir? Ihr seid keine Gegner für mich. Ach, wieder so ein Affe, oder was? Mann, mach Feierabend. Was willst du von mir? Also mittlerweile... Ach, da oben. Da oben steht der... Feige. Oh, ich mag diese... Ich mag die eben, Erzrüstung, Freunde. Ich mag sie. Sehr sogar. So. Holen wir uns ihn mal eben kurz. Ist da jemand? Nö. Mach einen Halben. Ach, der ist weiter unten. Ja, wo bist du denn? Tür auf. Also, als ich das letzte Mal hier war, Freunde, konnte ich gar nicht weiter rein. Konnte ich gar nicht hier weiter rein. Hier drüben. Yo. Hat der... Hat der Lack gesoffen, oder was? Ich speichere mal ab. Der kann heftig werden. Du hast ja echt nicht mehr alle, ne? Kann das sein? Lass... Mit deiner Zauberei... Lass sie stecken! Och, nee. Das ist der Champion. Ach, nee. Stürfenaufstieg. Okay. Nehm... Erzbrustharnisch in deinem Besitz und lege ihn an. Was war das? Ähm... Gesundheit, Freunde. Und schwer... Und schwere Rüstung leveln. So. Ebenerzhanisch. Ebenerzhanisch. Ähm... Ebenerzplattenrüstung. Aber Ebenerzhanisch gibt nochmal mehr. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Champion. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Ein Kunststück, das nur wenige fertigbringen und überleben. Ich werde euren Namen auf der Tafel der absoluten Finsternis eintragen. Ihr dürft meine Ebenerzrüstung behalten. Als Zeichen meiner Wertschätzung für den neuen Champion. Dankeschön. Ihre Eigenschaften werden mit euren Talenten harmonisieren. Das ist sehr schön. Und nun, ich habe Fäden zu ziehen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ihr könnt eures eigenen Weges gehen, wohin er euch auch führen mag. Und vergesst eines nie. So wie ihr es wollt, soll es auch geschehen. Der Ebenerzhanisch, den ich jetzt auch bekommen habe, der sieht auch besser aus, als der Hanisch, den ich davor getragen habe, beziehungsweise die Rüstung. Steigert halt nur die Gesundheit, ne, Freunde, aber... Ist okay so. Nächste Data-Quest abgeschlossen, Freunde. Und wir nehmen jetzt die nächste Quest in Angriff. Die ich auch gerade erst bekommen habe. Wir werden heute auch nicht so lange machen, wie die letzten zwei Tage, Freunde. Heute mal wieder ein bisschen kürzer. Ach, ein Eiswolf. Ein Eiswolf, Freunde. Aufbessern die Rüstung, dann ist die okay. Oh ja, Freunde. Aber ich kann ja leider noch nicht aufbessern. Da mir die Schmiedekunst fehlt. Ist da jemand? Ihr hättet nie herkommen sollen. Alter, bin ich stark. Alter, bin ich mit der Rüstung stark, Freunde. Ich glaube, Gegner werden jetzt erstmal keine Probleme mehr machen, Freunde. Ja, ja, wir werden dann noch danach mal noch mal eben reden. Das war mein Plan. Aber noch ist ja noch nicht Bayerabend. Noch machen wir ja noch ein bisschen. So, wo sind wir denn jetzt? Mal eben kurz wieder ein Buch lesen, Freunde. Ach, ja. Ich hab's angestellt. Nein. Nicht du. Du nicht. Du nicht. So, von Lars, Kampf geboren. Der ist, glaube ich, in Weißlauf. Ja, der ist in Weißlauf. Guten Tag. Guten Tag. So, wo ist der Blödmann? Es macht keinen Spaß ständig. Äh, ja. Geht. Tut mir nicht weh. Ihr habt gewonnen. Alles gut. Alles gut. Kalista. Ähm. Wir müssen aber noch ein Teil holen. Und das ist hier. Und das ist hier drinnen. Oh, nee. Warum? Warum muss das hier drinnen sein? Feuerschleierhügel. Hier waren wir doch schon mal drinnen. Gib mir das Amulett. Oh, nee. Muss ich wieder Hebel bewegen, Freunde. Magratti. Magratti. Warum? Wo ist der? Ist das ein... Trägt der eine Maske? Das ist eklig. Es wird eklig. Heiliger Bim Bam. Habe ich noch mehr Heilung? Bitte sag mir, dass ich noch mehr Heilung habe. Habe ich gefunden. Siege mal. Okay, gut. Ich möchte hier wieder raus. Gerne. Quest, 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 quest. Ganz viele Quest, Freunde. Bis jetzt eigentlich noch gut voran. Bis jetzt komme ich noch eigentlich gut voran. So. Da muss ich jetzt beides irgendwie auf den Altar legen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich habe die Quest auch noch nie gemacht, Freunde. Auch die Quest ist mir jetzt neu. Das ist das Amulett und der verdammte Schädel. Versuche das Grab. Ach, Draugr. Mach einen Schnabel zu. So. Heiliger Bim Bam. Tö, Nordmar Bogen. Oh, was ist denn hier für eine Hose noch? Ach, ich hatte falschen Schrei ausgerüstet. Schwere Rüstung verbessert. Sehr schön. Hier wird nicht abgehauen. Entweder du stellst dich mir oder stirbst. Stimmtus. Sowieso. So. Wo muss ich jetzt hin? Elementarblitze. Bücher. Elementarblitze, Freunde. Muss ich hier irgendwas drauflegen? Oder muss ich jetzt einfach nur untersuche das Grab? Ach so, ich muss es untersuchen. Okay. Dann untersuchen wir das Grab mal, Freunde. Was geht hier ab? Hier geht die Treppe runter. Hier geht die Treppe runter. Hier ist ein Raum. Ach, es ist nur ein Drauger, Freunde. Das ist ja angenehm. Hier müsste doch irgendwo dann eine Kette sein. oder auch nicht. Gehen wir mal tiefer ins... Boah, ist das... Ich hoffe nur, dass es eine Abkürzung hier rausgibt. Nimm Goldbrand an dich. Ich muss mich heilen, Freunde. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Und ich muss... einen anderen Schrei. Ich muss mich heilen, um Schrei zu erlernen. Ach so. Ja. 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 Ähm. Ich habe den Falschen, den Arsch versohlt. Haha, den Hintern versohlt. Eben Erzschwert. Haben wir schon. Und sonst nichts Interessantes. Hier gibt es aber bestimmt noch irgendwo was Interessantes, Freunde. Hundertprozentig. Geschworenes Schwert vielleicht, Freunde. Vielleicht ist es was für uns. Goldbrand ist, glaube ich, auch ein Schwert, was ich einlagern kann. Was auch einen Platz hat. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall die nächste Quest abgeschlossen. Nimm an Bankettteil. Das werden wir jetzt machen. Ein paar Quests machen wir, wie gesagt, noch. Noch ist der Drops hier nicht gelutscht. So. Ich will raus hier. Abheben ist angesagt, Freund. Ab mit dir auf dem Grill. Ich möchte hier raus. In die Richtung. Eine Truhe der Expertenschlösser. Bisschen nach links, bisschen nach rechts vielleicht. Bisschen nach rechts. Alter Schwede. Dankeschön. Dankeschön. Mann, 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 Mann. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Nach oben ist immer schon mal gut. So. Immer am Bankettteil. In der Blutfrusthöhle. What the hell? Ich muss da irgendwie hoch, Freunde. Ich muss da irgendwie hochkommen. Naja, das... Ich glaube, das schreit nach Vampiren, Freunde. Oh, was? Was will er denn? Ist jetzt sicher weg. Was war das? Ja, was war... Was warst du? Ich wusste es. Was warst du, Alter? Du... Alte, blöde Mistvieh. Also da spawn ich nicht nochmal hin, Freunde. Da will ich nicht nochmal spawnen. Oh. Ich versuche von hier aus da hoch zu gehen. RIP. RIP, RIP. RIP, RIP, RIP. Ich versuche von hier aus hier hoch zu kommen. Oh, eine Truhe. Ja, moin. Ähm. Ja, ja. Der... Der Dino. Der Dino-Dancer. Komm schon. Geh da hoch. Wir sind ja fast da. Ach, komm schon. Ey, wir sind so knapp vom Ziel. Kannst du da doch auch mal hoch gehen jetzt. Komm schon. Dann gehen wir hier lang. Das ist ärgerlich. Vor allem ein Bankett hier oben finde ich ein bisschen merkwürdig. So. Es kann sich nur um Vampire handeln, Freunde. denke ich mir mal jetzt. Ach, das ist das schöne Haus, was man sich holen kann. Das ist die Vampirunterkunft, Freunde, die man sich holen kann. auch ein sehr schönes Gebäude, Freunde. Was braucht ihr? Natürlich. Mim an der Festtafel Platz. Boah, das ist so ein schönes Haus, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich hier hin möchte. Ich weiß nicht, ob ich umziehen soll, Freunde. Es ist so schön hier. Guckt euch das an. Es ist so schön hier. Hier kann man seine Masken platzieren. Hier die verschiedensten Waffen. Dämmerwacht, Ruhm. Ich glaube, wir ich glaube, wir ziehen hier hin, Freunde. Andere Seite ist natürlich auch sehr nice. Hier kommen die Drachenklauen hin. Und das ist ja noch nicht der einzigste Saal, Freunde. Hier habe ich ja natürlich mehr Möglichkeiten, Freunde, Sachen unterzubringen. Freue ich mich auch schon. das ist ja noch nicht. Ich glaube, wir sind hier noch nicht. Ich glaube, wir sind hier noch nicht. Wisst ihr das? Aber auf sowas war ich jetzt nicht vorbereitet Auf sowas war ich jetzt nicht vorbereitet, Freunde Aber bevor es weiter geht, Freunde Ich muss nochmal eben kurz weg Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! So, Freunde, dann versuchen wir es nochmal Dann versuchen wir es nochmal Sobald wir hier das Haus befreit haben Sobald wir das Haus hier befreit haben, Freunde Werden wir hier hinziehen Werden wir hier hinziehen Bitte laut lesen Ist das jemand? Alter, die töten auch alles Mein lieber Herr Gesangsverein hier Können die Türen öffnen Aber dieser Typ, der nervt halt Nicht ungemein, ne? Hardcore Arsch Er zieht die ganze Zeit meine Gesundheit Das ist nicht schön Bin nochmal eben kurz weg Telefon, Freunde Das ist nicht das? Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab wirklich keine Schaustellpuppen hier, Freunde. Holzhacken, Freunde. Hier draußen ist, glaub ich, Bruchstein irgendwo abbauen. Hier? Nee. Warte mal, wo kann ich hier Bruchstein abbauen? Nein, jetzt grad nicht. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Das wär jetzt natürlich beknackt, Freunde. Hier kann ich auch nämlich Sachen anpflanzen, was ich woanders nicht kann. Das wär natürlich angenehmer. Also das Ding hier ist auf jeden Fall göttlich, Freunde. Lydia mit hier hinnehmen. Dann wär das Ding hier gegessen, Freunde. Patres, servus. Na, wie läuft's? Schöne Hütte hast du da hier. Herzlich willkommen, Patres. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja, die hab ich mir jetzt gerade erkämpft. Das ist nämlich von dem DLC, beziehungsweise von dem, ja, von dem, von der Anniversary Edition. Nix zu danken ebenfalls. Gern geschehen. Gern geschehen, mein Freund. Wir werden umziehen, Freunde. Das werden wir nochmal eben kurz machen. Wir werden auf jeden Fall nochmal eben kurz umziehen, Freunde. Das heißt, ab nach Hendraheim, Freunde. Wir ziehen um. Wir ziehen um, Freunde. Obwohl, Hendraheim könnte ich eigentlich als Rüstungslagerstätte benutzen. Hendraheim benutzen wir als Rüstungslagerstätte. Als Rüstungslagerstätte, genau. und, äh, Waffenlagerstätte. Nee, äh, Patrice war, äh, die, ähm, Patrice war heute die 68. Die Nr. 68. Kalista. Hab ich hier keinen Platz für Goldbrand? Goldbrand will hier nirgendwo Platz finden. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich... Das ist wirklich ärgerlich. Bzzz, 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 bzzz. Das ist ärgerlich, Freunde, dass ich hier keinen Platz habe für die... Ah, verdammt. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, komm. Hau ich die hier auch nochmal dran. Ja, das andere Haus ist halt schöner, Freunde, ne? Ob ich Lydia hier mitholen kann? Aber hier habe ich jetzt schon so viel hingelagert. Hier habe ich auch so viele. Wie gesagt, jedes Haus hat auch seine Vor- und Nachteile. Das ist ja der Mist. Ja, moin. Jedes Haus hat seine Vor- und Nachteile. Ja, und das, ähm, das verstehe ich auch nicht. Jedes Mal, wenn ich hier neu rein spawne, Freunde, packt das rum. Ne, irgendwie ist jemand geflüchtet, Menno. Nein! Es ist niemand geflüchtet. Wir sind die ganze Zeit heute nur auf 68. Es ist niemand geflüchtet. Was ist das denn hier jetzt für ein Mist? Das ist ärgerlich. Zumal ich hier auch nicht so wirklich, weiß ich nicht, ob ich in dem anderen, in der anderen Bude, Freunde, mehr Möglichkeiten habe, die Waffen aufzuhängen. Abendzahn kommt hier dran. Schwierig. Ich glaube, wir ziehen doch nicht um. Wir ziehen, glaube ich, doch nicht um. Aber wir können mal eben kurz, äh, Waffen einlagern. Äh, alte Pfeil. Im Erzschwerter. Den einlagern. Das einlagern. Das einlagern. Das einlagern. Und, ähm, ja. So, Freunde. Werden wir mal dann nochmal eben, wollte ich jetzt, Sachen verkaufen gehen, auf jeden Fall. Fangen wir mal wieder an mit Flusswald. Handelskontor von Lucan. Lucan Valerius, glaube ich. Können wir Sachen verkaufen? Ah, so viele Amulette, Freunde. Das ist... Komm hier. Kann man sehen, wie man möchte, Valerius. Das ist so... Panisch. Warum habe ich denn schon wieder ein Ebenerz-Hanisch? Nein. Hä? Was soll der Scheiß? Ach, habe ich die angelegt gerade wieder? Bewegst dich leise an Gegner, die zu nahe kommen. Erleihen fünf Punkte Giftschaden pro Sekunde. Ei. Aber Valerius hat kein Erz mehr. Was auch immer hier bedarf, werft einen Blick drauf. Basti, ja, Moin. Alter Schwede. Eisenbarren, Wahnsinnserz. Wahnsinnserz, muss ich auch irgendwo Bessere Preise bei dem anderen Geschlecht haben wir ja gelevelt. Gehen wir zuerst in Bildhors. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Machen. Für manche ist es Ramm. Machen ruhigen. Für mich sind es Schätze. Jetzt geht er aber ab hier. Alter, Futter. Ich... Ich kriege die Sachen gar nicht alle weg. Wenn ich meine Tochter in den Armen halte. Ah, ja. Kleidung. Ah. Ich kriege meine Sachen nicht weg. Los. Gleich den Rifton. Wir sind schon wieder fast sieben Stunden. Ariens Haus. Wollys Haus. Hier muss es doch irgendwo einen Laden geben. Elgas Herberge. Honigheim. Honigheim ist das Haus, äh, was ich kaufen kann. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, er. Was ich auch kaufen kann. Schneeschuh anwesend. Das ist hier die Taverne dem Bienenstich. Das bezahle ich nicht. Sind die ganzen Händler hier geblieben, Freunde. Ne, 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 ne. Ich bin nicht überladen, aber ich hätte gerne mal wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Grüße, Grüße, Jawohl. Das Einen Wärt ihr interessiert daran ein wenig? Danke. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. Gut. Die passen hervorragend zu meinen Ringen. Ein Mommutstoßzahn für Madesi und Golderz für Madesi. Der Schmied. Wollt wohl sehen, wie Balim und das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Machen wir vier Stunden Stream heute. Seltsam Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Das war sie einmal. Leider sticht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Ah, genau. Für ihn brauche ich die Feuersalze, Freunde. Zehn Stück. Sehr schön. Machen wir. Sehr schön. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Ähm, Winton, was war jetzt nochmal gut, um Schmiedekunst zu leveln? Werden Sie einen anderen Ton anschlagen? Was war jetzt nochmal gut, um Schmiedekunst zu leveln? Feuersalz müsste ihr gerade von Feueratomaten finden. Zwergenbögen. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern gesprungen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie ver... Was führt euch heute zu... Werft einen Blick darauf. Zwergenbögen oder Haus? Ebenerzbarren. Warum hat der so viel Ebenerzbarren, Freunde? Zwei Dwemerbarren und ein Eisenbarren. Dwemerbarren sind das zwergische Metallbarren oder sind das andere? Dann kannst du halt dann verkaufen und auch Redekunst hochmachen. Das sind zwergische. Okay, gut. Und Eisenbarren hast du gesagt. Schauen wir mal. Denkt daran. Wartet. Ich kenne euch doch. Mal halt den Schnabel. Zwergisch. Kann ich, glaube ich, noch nicht. Alles fit bei euch und Nabend. Thorales, Nabend, herzlich willkommen. Natürlich, natürlich. Und selber? Aber wenn ich jetzt noch keine Zwergensachen herstellen kann, was würdest du denn dann empfehlen? Und tag auf ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Oh, das geht erst mit Level 30. Mhm. Dann mach Haus-Sachen bis dahin. Haus-Sachen bis dahin. Dann mach Haus-Sachen bis dahin. Wo ist der hingelaufen? Wollt wohl sehen, wie Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden hast du? So schmieden am effektivsten. Mit Schmuck. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade beim Überlegen, was ich schmieden kann. Leder. 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 Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Ja, ja. Echte Feuersalze bekommst du. Pifferling. Willkommen im verpfändeten Pifferling. Kommt doch rein und willkommen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Das ist jetzt auch noch so wenig. Mir geht's besser, aber ich kann dir nicht sagen, wieso, weil es Spoiler wäre. Hau rein. Ja, ja. Hau rein. Eben kurz Sachen verkaufen, Freunde. Hier mit der großen Schmiedekunst. Das wäre nice. Können verbessert werden. Das wäre nice, Freunde. Komm, scheiß drauf. Mir geht's besser. Ich kann dir nicht. Wie, hau rein. Hä? Wie, hau rein. Jetzt verwierst du mich. Jetzt verwierst du mich, aber. Ach so. Nee, nee. Toralis, nicht du. Alles gut. Alles gut. Kein hier aus dem Shit. Ähm. Werd mal eben kurz nochmal weg sein, Freunde. Und dann werden wir uns noch ein bisschen im Schmieden leveln. Bis gleich in alter Frische. Tschüss. Alles gut. Bye. uma Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verbindung zum Chat Warum ist die Verbindung zum Chat gestört, Freunde? Nichts geht über kalte Cola, Freunde Auch wenn es kein teure ist, aber Ich trinke die sehr gerne Schade Alvor hat gerade Feierabend gemacht Schmiedesachen aufkaufen, Freunde Und dann Gehen wir mal ein bisschen schmieden Was auch Die besten Waffen und Rüstungen So, ich brauche deine Eisenbarren Dein Leder Dein Lederstreifen Das müsste erstmal reichen Bekleidung, kann ich dir irgendwas loswerden? Schwierig In Weißlauf Dann auch nochmal eben kurz Beim Schmied Sachen anfragen, Freunde Schmiedekunst mal leveln Ey, ich muss unbedingt Ihr seid Ich habe hier einige Klingen Helme So ziemlich alles, was ihr braucht Eisenbarren Leder Auf jeden Fall Zwergische Barren Jawohl Und Dein Mann hat drinnen auch noch was Nein Nein Warum hat der geschlossen? Warum hat der Laden zu? Ich möchte da rein Ah, jetzt Jetzt geht's Sehr schön So Willkommen Die besten Waffen und Rüstungen Ich würde mal gerne was von dir kaufen, bitte Komm Ich kaufe dir jetzt alles ein hier Ist zwar nicht Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen Scheiß drauf Will auch nicht rennen Kann ich wenigstens Schnellreise machen Nein Ist auch nicht möglich Ihr habt zu viel Jetzt habe ich zu viel gekauft Aber ich bin nicht Aber ich bin nicht groß überladen Das ist angenehm Ich bin nicht groß überladen, Freunde Irgendwas verkaufen Bei dem werde ich ja nichts los Ich liebe deine Art So sehr Äh, ja Ah, hier haben wir noch ein Haus, Freunde Da kann ich doch mal eben kurz ein paar Schmückstücke ablegen Komm schon Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen Alter Und wir nehmen Lydia mit nach Hendreheim, Freunde Da bin ich dann schon nicht mehr so alleine So Mal eben kurz hier die Sachen ablegen Ja komm, die lege ich hier auch ab, Freunde Nein Die wollte ich gleich benutzen, Freunde Zack 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 Verhalten wir den Rest Los Ich hab's ja nicht Es müsste in der Tasche drin sein Beziehungsweise müsste doch da auch im Karton drin sein Okay Ja, ich weiß es ja nicht Kann Kann ich Kann ich sie nicht umziehen lassen, Freunde Langes Leben Geht voran Ich will, dass du Dass Lydia mit umzieht, Freunde Hendreheim Ich glaub, ich hab auch da die ganzen Schmiedematerialien, glaub ich Hendreheim in der Schmiede reingeschmissen, ne Lydia Ich bin direkt hinter euch Ähm Na schön Was denn Was braucht ihr Ich nicht machen Tut mir leid Braucht ihr mich noch Wie kann ich Lydia hier einziehen lassen, Freunde Wie kann ich Lydia hier nochmal einziehen lassen Wie kann ich Lydia hier einziehen lassen Das ist jetzt die Frage, Freunde Ich möchte, dass sie hier wohnt Wäre nämlich schon schön knackig, wenn sie hier wohnen würde Ich bin direkt hinter euch Wie ihr wünscht, Tane Wir brechen auf Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht Ehre sei mit euch, mein Tane Ah, Lydia will nicht hierbleiben, aber es gab doch irgendeine Sache Ach, ich wollte doch Ich bin so ein Pappenheimer manchmal, ne Ich wollte doch mal eben kurz hier nochmal was anfertigen So, große Schmiedekunst Ich möchte mal eben kurz aber noch einen Ring verzaubern, Freunde Vielleicht mit Schmiedekunst Ein Ring am besten Nehmen wir silberner Amethyst Ring Schmiedekunst verstärken Und wir benötigen dafür einen schwarzen Herstellen Zack So Damit müssten wir jetzt eigentlich gut Leveln können, Freunde So Nur leider muss ich jetzt am Anfang was anderes herstellen, als ich noch kann Auf jeden Fall irgendwas Einfaches, um zu leveln, Freunde So Ja, hier hatte ich die ganzen Schmiedematerialien, Freunde So Ablegen Nein Warte Doch Doch, war richtig, Freunde Mal gucken, was günstig ist, Freunde Wahnsinns-Erz Wahnsinns-Erz Ich denke mal Das mit den Eisenbarren Ach, nö Jetzt habe ich alles genommen, Freunde Aber wir wollen ja jetzt Schmieden leveln, Freunde Irgendwas mit Eisen vielleicht Was billiges, was gut ist Womit kann man am besten am Anfang leveln, Freunde Eisendeuch Schmuck Alter, wie viele Rucksäcke es gibt Dunkler Leder Rucksack Liebes Rucksack Alter Vater hier Stahl vielleicht irgendwas Ne, dafür brauche ich Stahlbarren Beschlagen Wartet mal Brauche ich auch nicht zu viel Ach, du heiliger Mann Was nehme ich davon jetzt Am besten das, was am wenigsten In Anspruch nimmt Weder Streifen, zwei Eisenbarren Ja, moin Ich glaube das Eisenschwert, Freunde Ist gut Für den Anfang Ne Der Eisendolch, Freunde Läuft Ich muss ja noch Ich muss ja noch ne Stufe aufsteigen Winden Ich muss leider noch ne Stufe aufsteigen Bevor ich das machen kann Ich glaube Ich kaufe jetzt erstmal die ganzen Wartet mal Komm, die Edelsteine haue ich jetzt hier auch rein Das ist verbackt wahrscheinlich wieder Wahnsinnserz Den Stein hier rein Zwergenbarren hier rein Ach, komm Seelensteinfragmente Hau weg So, ich Ja, moin Dann werde ich hier auch mal ein bisschen leerer, Freunde Eier, meinsen Und Meine Herren Ist das so viel Ist das viel, Freunde Wir gehen mal eben kurz Hab ich hier noch ne Truhe Ach Egal Ich schmeiß die einfach hier mit rein 75 Eisendolche Alter Ich schmeiß die einfach hier mit rein Werden mal eben kurz von Schmied zu Schmied reisen Von Schmied zu Schmied reisen, Freunde Und uns die ganzen Sachen da aufkaufen Die ich dafür benötige Zu Schmieden Eine Frau angegriffen Mitten auf der Straße Das muss jetzt nicht sein Ist bei euch alles in Ordnung? Natürlich Ja, du mich auch Ich such mal eben kurz hier den Schmied auf, Freunde Das ist aber schon wieder nicht die Uhrzeit, Freunde Drei Stunden sollten genügen Ja, wo ist er denn? Oder muss ich hier für die Schmiede erstmal einen finden? Sie ist die Verkäuferin So Wir kaufen mal wieder alles auf, Freunde Oh, das war teuer Verdammt Silbererz Ah, das wird teuer Das wird verdammt nochmal teuer, Freunde Wir können mal eben kurz selber schmelzen, Freunde Eisenbarren Nur Eisenbarren Okay Ich habe jetzt ziemlich viel Geld ausgegeben Für die Sachen Schmiedekunst, Freunde Zwergische Na, muss ich Level aufsteigen, Freunde Hilft ja alles nichts Eisen Eisenbarren und Lederstreifen brauche ich, Freunde Eisenbarren und Lederstreifen Mal eben kurz ein paar Lederstreifen machen So Ja, da habe ich jetzt nichts für gekriegt, oder? Ey Das ist nicht gut So Ich reserviere noch Okay Eisen durch Mal wieder ablegen So Mit Pelz Das ist hier Versuchen wir das auch mal Komm Stufenaufstieg, bitte Oder auch nicht Oder auch nicht So Wo hatten wir denn jetzt noch einen Schmied Einsamkeit Ähm Windhelm Ja Windhelm, Freunde Aber einmal kurz nochmal nach Windhelm Da mal eben kurz den Schmied aufkaufen Auch wenn ich gleich kein Geld mehr habe Mir gehört der Frostdiesel hoch Außerhalb der Stadt Ehrlicher Arbeit Alle sagen Eol und Graumähne Seid der beste Wollt ihr euch schützen Oder Schaden austeilen Weder noch Das ist so teuer, Freunde Das ist so teuer, Freunde Das ist so teuer, Freunde Verdammte Scheiße Ob ihr eine Rüstung Oder eine neue Klinge braucht Kommt einfach vorbei Kommt einfach vorbei Ich hab alles dabei Mein lieber Herr Gesangsverein Nur eben kurz eine Stufe Bitte nochmal aufsteigen Bitte Korundombaren Eisenbarren So Um Zwergensachen herzustellen Eisendolch Stufenaufstieg Immer noch nicht Jetzt aber So Gesundheit Zwergische Schmiedekunst, Freunde Das kann ja jetzt was werden Zwergische Schmiedekunst Zwergisch Ja Eisenbarren Und Zwergische Metallbarren, Freunde So Bevor es hier aber allerdings weiter geht Wir machen heute wieder Ein bisschen länger, Freunde Wenn ich mal eben kurz nochmal Eine kleine Essenspause machen, Freunde Und würde sagen Bis Gleich In alter Frische, Freunde 2,5,7 Das Lied ist richtig nice Katzin, Freunde Oh nice Profiler Und wie war es Ich kann es mir glaube ich einfach nur geil vorstellen Ähm Ja Der Rabe ist im Stein wieder gebackt Bakterien Bakterien Merke es schon Und Lara übernimmt Und Lara übernimmt sie allein Ja moin Pupen Lara Pupen Lara Lasst Pupen Lara einmal frei Come her du feige Sau Komm her du feige Sau Ähm Jetzt kommt Dann könnte ich nämlich morgen Tomb Raider 2 No Loads No Mets machen, ne? No Boats No Bats No Boats No Bats Streamer ist schuld und das was gestreamt wird Und rein in den Peter, mal wieder in London Stillgelegte U-Bahn-Haltestelle Ich komm da jetzt nicht drauf Sandwich oder, weiß ich nicht Ale Dridge, irgendwas mit Sandwich oder so Irgendwas mit Dridge am Ende Unsucht Arbeit Arbeit Nein Nein Aber Gott sei Dank Alles entspannt Freunde Kommt da auch bei der Werbung zusammen Das Ui Das darf man natürlich Oder muss man natürlich auch irgendwie Berücksichtigen Speichern Dazu kommen ja auch Späten Nein, das Schneemobil hat Eigenleben Kalister Alter Verwalter Alter Verwalter Alter Verwalter Hau ab Lass mich zufrieden Hau ab Ey, das 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 Ey Ich Ich Ey Freunde 2 2 2 5 7 Das Ja Mann Das Lied ist richtig nice Hat sie Hat sie ihn Freunde Oh nice profiler und wie war es ich kann es mir glaube ich einfach nur geil vorstellen Ähm Ähm Ja Der Rabe ist im Stein wiedergebackt BAKTERIE Ich freue mich auf meine Frikadellen Suppe Was für eine Frikadellen Suppe Hupen Hupen Lara übernimmt sie allein Ja moin Hupen Lara Hupen Lara Lass Hupen Lara einmal frei Komm her du feige Sau Komm her du feige Sau Ähm Jetzt komm Ähm Dann könnte ich nämlich morgen Toon Rider 2 No Lords No Mets machen ne Hupen No Boats No Bats Hupen No Boats No Bats Hupen 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 Spremer ist schuld und das was gestreamt wird Und rein in den Peter Mal wieder in London Stillgelegte U-Bahn Haltestelle Ich komm da jetzt nicht drauf S-Sand-Witch oder Weiß ich nicht Ale-Drich Irgendwas mit Sal-Drich Oder so Irgendwas mit Dritch am Ende Nein Aber Gott sei Dank Alles entspannt Freunde Kommt da auch bei der Werbung zusammen Das Ui Das darf man natürlich Oder muss man natürlich auch irgendwie Berücksichtigen Speichern Dazu kommen ja auch Späten Nein das äh Schneemobil hat ein eigenes Leben Kann ist da Alter Verwalter Alter Verwalter Hau ab Lass mich zufrieden Ey das 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 Ey Ich Ey Freunde 2 2 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 6 5 5 6 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 Dann könnte ich nämlich morgen Tomb Raider 2 No Lords, No Mets machen, ne? No Boats, No Bands. No Boats, No Bands. Hello, Alter! Streamer ist schuld und das, was gestreamt wird. Und rein in den Peter. Mal wieder in London. So eine stillgelegte U-Bahn-Haltestelle. Ich komm da jetzt nicht drauf. Sandwich oder weiß ich nicht. Irgendwas mit Sandwich oder so. Irgendwas mit Dritch am Ende. So viel Arbeit. Arbeit, nein. Nein! Oh Gott sei Dank. Alles entspannt, Freunde. Kommt da auch bei der Werbung zusammen. Ui! Das darf man natürlich, oder muss man natürlich auch irgendwie berücksichtigen. Speichern. Dazu kommen ja auch Späten. Nein, das, äh, äh, Schneemobil hat ein Eigenleben. Kalista. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Hau ab! Lass mich zufrieden! Hau ab! Lass mich zufrieden! Hau ab! Lass mich zufrieden! Ey, Freunde! Hau ab! Hau ab! Hau ab! eben kurz gerade merken. Eisenbarren und Zwergische Barren. Dann schauen wir mal in jeder Stadt nach. So, wo ist jetzt hier die Schmiede? Jawohl. Aber die Barren kaufe ich auch, Freunde. Leder auch immer. Gut. Zwergische Barren. Habe ich was dabei, was ich verkaufen kann? Jawohl. Alle 26 verkaufen. So, nächste Stadt. Ich weiß nicht. Nein. Weißlauf habe ich jetzt gerade schon aufgekauft. Sifton glaube ich auch. Windhelm auch leider. Winterfeste. Mortal. Mortal vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Haben die da eine Schmiede? Hat Mortal eine Schmiede? Wenn ja, weiß ich es nicht. Scheint glaube ich nicht der Fall zu sein. Ähm, Eli Nexos. Herzlich willkommen. Ähm. Ich könnte die noch... Also, ich habe die jetzt vor... Äh, ich habe die gestern jetzt erst wieder hochgestellt, Freunde. Also, ich habe die jetzt gestern erst wieder hochgestellt. Mortal, nein. Okay. Danke, Thoralis. Aber Rifton hat eine. Flusswald. Okay. Falkenring. 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 Markart. War ich auch gerade schon. Hier unten ist Falkenring. Falkenring habe ich nämlich ganz vergessen. Markart hat zwei. Weißlauf hat auch zwei. Stahl ist gut. Loyalität. Warten wir mal eben kurz hier. Ich habe die nämlich gestern vorgestern erst wieder hochgestellt, Eli Nexos. Da ist es schon so knapp gelegen war. Stahl ist gut. Loyalität ist besser. Ich bin zu aller... Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haupt riskiert, um ihn zu beschützen. Ja, Ehre. Warum sollte ich sowas wohl tun? Das Geld deswegen? Weil ich ein Eid geschworen hatte? Nein. Weil ein guter Mann... Nee, nee, Eli Nexos, alles gut. Eli. Ein echter Nord stellt Loyalität. Werf deinen Blick darauf. Sehr schön. Das gefällt mir. Das ist sauber. Sehr schön. Eisenbarren. Zeit wurde ein bisschen zu knapp, deswegen musste ich das ja nochmal alle Schmieden leer kaufen. So sieht's aus. So, und Zwergenbarren, Freunde. Und die guten alten Eisenbarren habe ich aber schon. So. Zwergisch, Zwergenbogen, Freunde. 29 Stück kann ich herstellen. Ja, ja, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder überlastet. Deswegen kannst du viel einfacher besorgen. Ähm, wie denn dann am besten? Ich denke es mir. Ich denke mal auch Dwemerruinen, aber... Und dann einfach schmelzen, ne? Oh, holla, die Waldfee. Das ist... Okay, warte. Fünf machen, also Barren. Ach, du heiliger Bim Bam. Ah, ich weiß, wo ich als erstes hingehe. Und zwar... War das im Zwergenlager, Freunde. Hier, genau hier. Hier war nämlich so viel drin. Hier war ganz viel drin. Massives Dwemer-Metall. So. Massives... Massives. Platten gehen auch. Platten gehen auch. Okay. Kleine Dwemer-Platte. Verzierte, verbogen, massiv, klein, groß, alle mitnehmen. Okay. Okay, machen wir. Das alte auch. Altes Dwemer-Metall auch. Vielleicht. Dwemer-Zahnräder. Altes Dwemer-Metall auch vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Toralis. Nein, das alte nicht. Okay. Super. Dankeschön. Dankeschön. Verziert. Gut. Bringen wir das erstmal weg, Freunde. Aus deinem schlauen Buch. Ich kann jetzt gerade nicht. Mein Handy ist nämlich gleich leer. Du kannst es aber trotzdem mal fürs nächste Mal dann schon mal reinschicken. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich von dir. Wäre auf jeden Fall sehr nett. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es. Ich hoffe es mal. Alter Vater. Äh, wie komme ich schnell an, ähm, wie komme ich denn jetzt schnell an, ähm, am Eisenbarren, Freunde. An Eisenbarren muss ich jetzt nur noch schnell rankommen. Alter, 47. Eisenbarren wären natürlich noch nice. Okay, Mom. Super duper. Du, 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 du. An Eisenbarren müsste ich natürlich auch sehr. Ja, habe ich jetzt auch keine Lust jedes Mal. Mom, ähm. So, wir reisen mal eben kurz zu unserem Bauernhof, Freunde. Denn da müsste sich, kannst nicht welche kaufen. Ja, doch. Aber. Alles aufgekauft. Alles aufgekauft momentan. Steht in der Strom oder so. Okay. Bei Weißlauf lost ne Miene mit Eisenbarren. Ne Miene mit Eisenbarren. Okay. Drück mal M. Beziehungsweise Erz. Bei Weißlauf sagst du. Hier. Da gibt's doch Mineralerz umwandelnden Zauber. Stehender Strom. Okay. Ich muss erstmal raus hier. Und dann nochmal zum Lager stehender Strom. Stille Monde. Stille Monde, oder was? Ihr verfiert mich gerade. Lagerstille. Stehender Strom. Stille Monde. Oh, hat mich vertan. Peinlich. Alles cool. Genau, stehender Strom war's. Ja, moin. Was denn? Was denn jetzt? Alter, Leute. Oh, Leute. Macht ihr mit mir. Okay, jetzt doch, Mann. Ich bin verwirrt. Ihr habt mich jetzt aber auch mitgenommen. Im Verwirrten. Wär schon echt beschissen, gegen die jetzt zu verlieren. Oh, ne. Oh, ne. Nicht schon wieder so ein Arsch. Oh, nicht schon wieder so einer, Freunde. Mann, ich muss zaubern. Ich kann nicht anders. Lager stehender Strom direkt, Freunde. Da brauche ich ganz viel. Hier sind bestimmt auch wieder Arsch. Arschimaden. Mach den Halben. Geht mir doch nicht auf den Sack hier mit eurer Magie, Mann. Ja, im Nahkampf könnt ihr nämlich gar nichts. Ihr Blödmann. Ey, sag mal. Wo sind wir hier? Gehen euch um, wenn ich es muss. Wo haben wir die Moon... Okay. So. Lager stehender Strom. Schauen wir mal einfach, Freunde. Oh, ne. Was war das? Das geht eigentlich ziemlich zackig, Freunde. Abbaufläche, Abbaufläche. Bisschen Ärzte, ne. Alter. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Das ist ätzend. 3 mal hacken ein eisenerz meine meine güte auch ein smaragd abgebaut amethyst hinzugefügt ach du meine güte edelsteine gibt es dadurch ja auch dass man durch das abbauen von den ärzen das nicht levelt das finde ich beschiss markloser smaragd alter oha bauen wir nochmal eben kurz das eisenerz ab freunde schmelzen das ein versuchen noch ein bisschen zu leveln und dann warst das auch größtenteils für heute ok super dankeschön hört auch mit eure fack magie freunde mann so jetzt können wir in ruhe abbauen freunde das kann ja dauern bis ich hier alles abgebaut habe das kann dauern das kann dauern freunde hier oben ist bestimmt auch noch was alter alter ok 54 gold erz das ist knackig aber gold naja gold interessiert mich erstmal noch so eigentlich noch nicht so besonders und wie hier erz ach du meine güte korundum ader unten ist noch mehr erz oh ja wollt jetzt erstmal hier korundum erz ader ist auch nicht schlecht freunde korundum erz haben wir hier noch irgendwo eine ader korundum erz mit klopp hop Na ja, das Gap-Gestell will ich jetzt nicht haben. So. Wir tasten uns langsam voran. Wir tasten uns langsam ran. Im Aufgang ist auch noch eine. Hier ist ganz schön viel zu holen, Freunde. Ganz schön viel. So. Boah! Habe ich mich erschrocken, Alter! Hinter dem Druckschalter unten ist auch Erz. Okay. Dann werde ich gleich noch mal schauen. Werde ich gleich noch mal eben kurz nachschauen. Über 60 Erz gibt es da. Hinter dem Druckschalter. Hinter dem Druckschalter. Welchen Druckschalter meinst du denn genau? Damm-Druckschalter. Meintest du den Druckschalter hier? Hier? Hier war was? Das ist schon das Zeugs da. Ja. Okay. Guck aber jetzt noch mal eben kurz. noch irgendwo was ist. Noch irgendwo was ist. Irgendwo noch was vergessen hab. Wie viel Erz haben wir denn jetzt? 48 haben wir nur. Warum habe ich nur 48? Guck an jeder Wand und auf dem Boden. Das Zeug übersieht man sehr schnell. Oh ja. Ich schau mal hier draußen eben kurz noch mal. So. Aber hier draußen scheint nichts zu sein. Ah. Wartet mal. Hier draußen gab es jetzt keine Schmelzhütte. Ah alles entspannt. Wenn wir die Tage dann noch mal gucken. Werden wir die Tage noch mal nachschauen. Schmelzen wir mal eben kurz nur das ein was ich eben kurz habe. Zwergenbarren. Nehmen wir nochmal eben kurz unsere Zwergenbarren. und schmieden wir eben kurz noch mal ein paar Bögen. Freunde. So. Legen wir dann noch mal eben kurz die Sachen ab. Freunde. Und dann sind wir mal heute wieder durch. Für heute durch. Ach warte. Ach warte. Bögen lege ich auch mal eben kurz noch mal ab. 24 Stück. So. Freunde. Damit sind wir dann für heute am Ende Freunde. Und bedanke mich natürlich an alle die da waren. Die zugeschaut haben. Freunde. Würde mich für heute verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und eine gute Nacht. Und würde sagen. Bis morgen um 17 Uhr in alter Frische wieder. Hierzu Skyrim Freunde. Euer Rexes Ghetto. Hierzu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020